Hallöchen ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Taiwi, hallo Rima-Chan. Schön, dass ihr schon da seid. Mal schnell ausmachen hier. Wie geht's euch? Alles gut? Boah, ist es heute warm. Ich bin ein bisschen am sterben hier von dieser plötzlichen Hitze. Keine Ahnung. Alles gut, das freut mich. So soll das sein. So, das Spiel habe ich noch nicht gestartet. Ich habe mir überlegt, den Blutmond lasse ich noch an. Den kann man ja immer kurzfristig noch ausschalten. Noch lasse ich ihn, glaube ich, an. Und ja, wir machen einfach weiter warm. Bei uns hat es Regen und ist total dunkel. Oh nein. Ja, das ist nicht so gut. Gut, ich wohne unterm Dach. Ich sage mal so, wenn im Winter die Sonne scheint, dann kann ich die Heizung ausmachen. Und es ist dann auch hier warm. Ja, jetzt haben wir es draußen. 23 Grad. Und hier unter meinem Dach sind es tatsächlich 28,5 Grad. 25 Grad habt ihr. Krass. Schön. Oh, es wird auch endlich mal Zeit. Ich habe auch die Tage immer wieder die Sonne genossen. Oh nein. 10 Grad. Oh nein. Wo wohnst du? In Sibirien? Oh shit. Oh nein. 10 Grad ist ja gemein. Du hast den Sommer. Oh nein. Was? In Bayern ist es so kalt. Krass. Aber da ist doch eigentlich immer schönes Wetter. Ja. Nee, den Sommer hasse ich nicht. Ich bin tatsächlich auch ein Sommerkind. Also Wärme stört mich jetzt nicht so. Aber jetzt, seitdem ich die Katze habe, kann ich ja meine Dachfenster nicht so aufmachen, wie ich das will. Und ja, dadurch staut sich die jetzt noch mehr. Letztes Jahr war es Gott sei Dank draußen nicht so warm. Aber dieses Jahr, glaube ich, wird es relativ sonnig. Ach so, im Sommer hast du mehr Migräne. Oh, nee. Das ist natürlich nicht gut. Also Sommer ist schon in Ordnung, aber kein 35 Grad. Ja. Ja, 35 Grad ist schon heftig. Aber Migräne im Sommer, das übel. Ja, nee. Das kann ich dann absolut verstehen. Das, äh... Nee. Das muss nicht sein. Ich muss mal ein Mikrofon hier anders machen. Boah, ich bin wirklich immer wieder froh, wenn ich das so lese und höre, dass ich, äh, keine Migräne großartig habe. Also klar hat man mal Kopfschmerzen, aber Migräne muss so furchtbar sein. Vor allem schwitzt du ja im Bett weiter wegen den Temperaturen. Bin froh über die Klimaanlagen. Ja, das glaube ich dir. Ja, ja, im Bett, ja, das... Wobei... Hm... Ich sag mal, es muss schon wirklich sehr heiß sein, dass ich mal nur mit einer dünnen Decke schlafe. Also, hm. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass halt meine Körpertemperatur allgemein ziemlich niedrig ist und mein Blutdruck und so. Und da brauche ich mehr Wärme von außen. Alle im Sommer ja rausgehen. Ich habe Sonnenallergie und Migräne. Ach nee. Ach Mist. Oh, das tut mir so leid. Sonnenallergie, das ist ja übel. Kriegst du dann so einen Ausschlag, so eine Pickelchen? Weil meine Schwester hatte das früher nämlich auch als Kind. Die musste dann mit langen Pullovern und so rausgehen. Aber tatsächlich war das dann bei ihr ein krasser Vitamin-A-Mangel. Ja, Ausschlag und es juckt extrem. Ja, okay. Versuch es mal mit Vitamin-A. Also, meine Schwester hat damals eine Kur verschrieben bekommen von unserem, sag mal, Dorf-Doktor. Seidi, Hallöchen. Schönen guten Abend. Hast du deinen Namen geändert? Ich hoffe, es geht dir gut und dir geht es auf jeden Fall besser. Genau. Und sie hat auf jeden Fall eine Vitamin-A-Kur bekommen, verschrieben bekommen mit rohen Möhrchen. Die mussten gerieben werden und rohe Leber. Das wurde dann vermengt und dann hat sie es, naja, wie gesagt, das ist dann aber auch weggegangen. Du hast es testen lassen, bringt leider nichts. Ah, Mist. Ach, Shit. Und du musstest deinen Namen ändern. Ah, okay. Wie macht sich denn dein neuer Computer? Oh, ich muss jetzt erst mal gucken. Das mache ich jetzt erst mal weg. Weg. Ach, ne, du nicht. Du nicht. Soll ich da reinkommen? Ist ja überhaupt nicht gespielt. Aufbewahrungskiste, Nagelpistole. Ich glaube, das wollte ich schon rüberbringen. Also ich habe einigen Labore online gemacht mit allen möglichen Variationen. Sagt tatsächlich einiges aus. Aber wenn da nichts rauskommt. Ja. Ja, ist halt, ist halt schwierig, ne. Aber ich sage mal so, man darf nicht vergessen, dass diese ganzen durchschnittslichen Sachen, die, wenn man so getestet wird, von Anno Zopf sind. Und das jetzt halt in der heutigen Zeit, dass sie einen höheren Bedarf haben mit vielen Vitaminen und so weiter. Und der PC ist ein Traum. Ach, das freut mich ja. Schön. Hast ja auch lange drauf gewartet. Und was macht die Audio? Ich hoffe, die funktioniert auch super. Im Game? Ja, das kann ich dir tatsächlich noch gar nicht sagen. Nilka, schönen guten Abend. Willkommen. Wie geht's dir? Nachdem du letztens deine Hordenacht super gemeistert hast. Genau. Und meine Hordenacht habe ich jetzt nicht so super gemeistert beim letzten Mal. Die ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Lag jetzt aber tatsächlich auch, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, an mir selber, weil ich ein bisschen, also ein klitzekleines bisschen so in Panik geraten bin. Ähm, und gar nicht mehr normal reagieren konnte. Okay, ich kann sowieso nie normal reagieren, aber das war schon doof. Du bist jetzt auch auf dem Kabel. Ja, ein Ladenkabel ist besser. Sehr schön. Du hast heute die zweite Horde überlebt. Ja, Glückwunsch. Das ist gut. So muss das sein. Machst du jetzt einen normalen Rhythmus? Sieben Tage oder kürzer oder länger? So, warte mal. Den nehmen wir mit. So, ich möchte nämlich einfach ein bisschen auf Tour gehen und ich überlege gerade, was wir mitnehmen. Oh, Würfel. So. Und? So. Alle 14 Tage. Achso. Ah, okay. Stell vor Messbecher und Schmelztiegel. Nein, ist nicht wahr. Ja, Glückwunsch. Das holt ja auch mal Zeit. Hat ja ewig gedauert. Hat jemand Interesse, noch jemanden zum Zocken von Seven Days zu haben? Will gern wieder anfangen. Find aber niemand. Oh, nein. Beides an Orten, wo ich niemanden erwartet hätte. Oh. Aber Glückwunsch. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich tatsächlich auch mal gerne mitspielen auf dem Multiplayer. Aber das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Aber ich kann mir das Spiel tatsächlich gut vorstellen im Multiplayer. So, warte mal. Den lasse ich zu Hause. Wobei, der war auch nicht schlecht. Oh, verdammt. So, aber die AK lasse ich da. Die und ich hätte gerne den wieder. Und Skadi. Nee, wir hatten... Ne? Und so? Äh, abgemacht. Jetzt gehst du nicht mehr auf den Schreibtisch. Wir ziehen auf deinen Platz. 144 und 153 Tage hat das gedauert. Wie krass. Nee, krass. Echt. Boah, das ist echt heftig. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega heftig. Oh, ich bin geduckt. Ach, ich habe ja noch den Senzemann. Ähm, Messing, Lehm. Das haben wir alles da. Ich muss mich erst mal sammeln. Und dann muss ich mal hier mit meiner Katze noch ein paar Kämpfe führen. Die ist immer wieder versucht halt, ne? Seven Days hast du nur für die PS4. Ah, okay. Das längste, was du gespielt hast, waren 170 Tage... Wow. Wow. Mit Horde? Ey, das ist krass. Weil ich glaube nicht, dass ich so weit komme tatsächlich mit Horde. Will ich mir nicht vorstellen. Fett. Ach, ich habe keine Pilze mehr, verdammt. Hm. Was sehen wir denn da noch zu essen mit? Hm. Machen wir einfach nochmal Speck mit Eiern. 21, ne? Okay. Muss eine Mauer um dich rumziehen, dass ich nicht mehr zu mir kommt auf den Tisch. Ja. Ja. Aber ich glaube, selbst dann kriegt sie es irgendwie noch hin. So, den wollte ich mitnehmen. Wieso habe ich keine Munition? Schaufel. Oh, es ist halt die Frage, ob man das alles mitnehmen muss, immer. Warte mal, jetzt repariere ich erst mal. Ach, ich habe ja nur noch 6.000. Ich wollte nochmal zu Bob gehen. Und Wasserpistolen zur Verteidigung, ja, das ist auch eine gute Idee. Hast du schon mal reingeschaut, Infected? Echt gut gemacht. Habe ich schon reingeschaut, tatsächlich? Ähm. Ich wollte mir da mal ein ganzes Let's Play angucken. Ich habe nur ein paar Sachen gesehen von zwei verschiedenen Leuten. Ehrlich gesagt bin ich noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Weil die Map doch ganz schön groß ist. Die Gegner sind affig. Also bin ich, ich finde die echt affig irgendwie. Ansonsten mit dem Bausystem und so. Ach, ich liebe einfach das Bausystem Infected. Das ist einfach nur genial. 315. Ach komm, mach. Weg ist weg. Äh, warum kann ich nur 10 stecken? Spielst du das wieder Infected? Also es hat sich ja tatsächlich einiges geändert. Ja gut, Verbandszeug sollte ich noch mitnehmen. Hm. Ach so, davon haben wir doch genug. So, Holz brauche ich doch auch eigentlich. Hm. Hm. Pass mal runter, du kommst mal da hin. Na, mit dem Messer weiß ich auch nicht. Ich brauche nicht unbedingt Fleisch. Ich glaube, das lasse ich auch hier. Na, wir brauchen Platz. Aber... Davon sollte ich noch ein paar mitnehmen von den Werkzeugkits. Ich wünschte mir eine Auto-Komm-Heim-Funktioner. Das wäre so genial. Und Mist spielt sie auch wieder. Ah, okay. Ja, Mist weiß ich auch nicht. Habe ich also Mist. Hm. Habe ich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Gab es denn da auch schon nochmal ein Update nach dem Update? Weil das letzte Update fand ich jetzt nicht so. Aber du konntest ja auf die alte... ... ... ... ... ... ... ... noch umsteigen. Ich habe zu viele Türen hier. Dein Auto steht auch schon wieder zwei Kilometer weit weg. Oh nein. So. Und das haben wir. Das ist repariert. Okay. Okay. Ich sollte noch ein bisschen Munition. Wer ich überhaupt noch welche habe. Nödbrille. Kuchen. Hm. Nehme ich glaube ich nicht mit. Dafür. Muss reichen. Ich überlege tatsächlich, ob ich nicht doch die Pumpgun kaufe von Bob. Ich weiß nur nicht, ob die noch da ist. Aber die kostet glaube ich 9000. Wie haben wir zur Zeit mehr in Wahlheim? Oh nein. Was spielt es noch alles gleichzeitig? Krass. Also. Das haben wir aus. Was macht ein Essen? Trinken. Können wir doch eigentlich gleich mal. Also. Erstmal essen. Was? Die Nächte sind lang. Ja. Ja. Verstehe. Gott sei Dank schlafe ich da. Meistens. Also klar. Bin ich auch manchmal nachts so. Wo ich denke. Oh. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Aber. Generell. Schlafe ich nachts. No. Ich glaube das reicht. Dann lassen wir die mal da. Ja. Okay. Ein bisschen Geld nehme ich vorsichtshalber mit. Oh. Das war's. Tschüss. Heim. Genau. Jetzt wollte ich nämlich mal gucken. Ja. Zum Einen können wir mal. Pfeier durchfahren. Mal ganz kurz gucken wann. Händler Reset ist. Ja. Falsche Tür gegangen. Hi Bob. Ja ja wirklich. Fantastisches Wetter. So Tag 67. Okay. Sollte ich mal ganz kurz was schauen. Verstückung. Gewehrteile. Ach hat er gar nicht mehr. Oh dann ist es schon vorbei. Ja gut. Dann bräuchte ich mir ja darüber keine Gedanken machen. Äh. Dann habe ich die verpasst. Ich frage mal. Hast du Eier? Hast du nicht. Na sowas. Ah dann habe ich den Tag verpasst glaube ich. Habe ich zu lange überlegt. Ja gut. Ist nicht so schlimm. Irgendwann. Irgendwann. So. Einmachen. Mit dem alten PC konnte ich die Spiele nicht auf volle Leistung spielen. Mit dem neuen schon. Ah sehr gut. Gut. Ich spiele selten so mit voller Leistung. Weil man es einfach nicht braucht. Aber. Ach siehste wo du gerade sagst. Volle Leistung. Können wir doch gleich mal den Nebel ausmachen. Und der nehme ich hier gar nicht mehr hin. Und ich finde dann ist auch der Himmel einfach viel viel schöner. So. Und beim letzten Mal waren wir ja. Ich meine wir sind hier lang gefahren. Und da würde ich gerne auch hin mir das Ganze angucken. Ein bisschen looten. Ja genau. Hier war doch das Meer. Ich habe das gar nicht so weit weg in Erinnerung. Dann machen wir mal. So. Ach so warte mal. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Benzin mitnehmen. Aber nur ein bisschen. Eigentlich müsste ich auch mal einen Treppenaufgang von der anderen Seite bauen. Nehmen wir den mal. Ja doch. Eieieiei. Eieiei. Oh und. Ach so. Ach egal. Komm. Fahr los. Ja aber das hört sich doch gut an, dass du die Spiele jetzt richtig flüssig spielen kannst. Ist euch das eigentlich zu laut mit dem Spielsound? Weil ich höre immer nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob das hier an meinem Kopfhörer liegt. Ich meine, ich habe hier nämlich volle Kanne laut gemacht. Ne. Ist nicht wahr. Wo kommst du denn her? Oh die Arme. Findet den Heimweg nicht mehr. Ich glaube die ist verwirrt. Oh ein Hund. Will ich mal nicht so auf. Allerdings ist die Strecke hier schon freigeräumt. Oh. Oh. funds innereererererererererer, Es wird hier nicht so offenше als hay. So. Amen. Ich weiß gar nicht, ob das hier diese Westernstadt... Nee, ja doch. Aber wir fahren noch ein Stück. Die ist schon ganz schön groß. Wie das gut läuft, probiere ich mal ein Stück schwerer. Ja, ich glaube, du hast auch das Glück. Du hast ja ein großes Gebäude und dadurch verteilen die sich ganz schön. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt, wie gemütlich das war. Bei mir ist es ja anders. Die konzentrieren sich alle auf den kleinen Turm und kommen da natürlich hintereinander weg. Bei dir fällt es nicht so auf, weil dann sind sie hinterm Zaun, also hinterm Haus, meine ich. Und bis sie an so nach vorne gedackelt kommen, hast du die drei Feder schon weggemacht. Also es ist nicht so konzentriert halt. Hat einen Vorteil, glaube ich. Hier wird die Springtüme leichter fallen. Nicht eine Treppe zu dir, glaube ich. Ja, das hatte ich ja absichtlich gemacht mit der Treppe. Ich weiß aber tatsächlich auch noch nicht, wie ich weiter verfahre. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich habe die Horde noch nicht ausgeschaltet. Will mir dann noch mal das mit dem Turm angucken. Ich habe auch selber einen Fehler gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Bauen. Also als ich das wieder aufgebaut habe. Da habe ich mich gesehen. Ich habe mich ja komplett eingegittert. Das ist ja auch blöd. So, hier in dem Haus waren wir. Was müsste das gewesen sein? Naja, das hatte ich da aufgeschlagen. Okay, so. Dann... Hallo, Taivi, du Liebe. Vielen lieben Dank. Ja, Wahnsinn. Schon fünf Monate. Die Zeit rennt. Also ich finde gerade dieses Jahr läuft die Zeit extrem. Dankeschön. Hab auch noch einen schönen Abend. Morgen genau. Morgen wird gewimmelt. Freue ich mich auch schon drauf. Und... Dankeschön. Und dann hab noch einen schönen Abend. Kaffee. 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 Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Springturm. Du würdest mir auch helfen. Du bist ja süß. Dankeschön. Dann... Hier das, was Sixt hat, ne? Mit dem... Diese dünnen Blöcke, wo die dann drauf springen. Vermute ich mal. Den hast du ja auch primat gebaut. Da hast du mehr Luft. Ah, okay. Ja, ja. Das mit der Luft. Ich muss dann tatsächlich die Luft rausnehmen. Was mich halt gewundert hat bei dir in der Horde... Ähm... Ich weiß nicht. Also die Polizisten, die konntest du ja in einer Hand abzählen. Und die kamen ja sehr gemächlich da an. Ähm... Bei mir sind die ja... Die sind ja eingeritten wie die... Keine Ahnung wie, ja. Also ich will jetzt nichts weiter sagen, aber... Also wie... Naja, wie eine Invasion. Ähm... Wie gesagt, das hat natürlich einen Vorteil, wenn du ein größeres Grundstück hast, dass sich das dann alles mehr verteilt. Ähm... Ein paar Sachen hatte ich mir schon aufgeschrieben, die ich eventuell ändern würde. Ähm... Unter anderem bin ich auch froh, dass der Baum weg ist. Der hat mir doch ganz schön die Sicht versperrt. Genau. Die Gewehre. Haben auch noch welche abgemacht. Ja, das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Alles hat man ja auch nicht gesehen. Das stimmt. So, ich glaube, wir müssen nach da... Warte mal. Wie machen wir das hier? Ja, wir machen mal hier so einen Schlenker. Ich habe nun auch oben Licht, um den Zaun besser zu sehen. Ja, sehr gut. Ja, komm, das mit dem Strom, das macht schon Spaß, finde ich. Wenn man es erstmal raus hat, wie das funktioniert... Oh, dann kannst du so viele Sachen bauen. Da kamen die Mistlinge alle von hinten. Oh nein. Oh nein. Ja, das finde ich halt auch krass, ne. Dass du das irgendwie nicht so einordnen kannst. Auf der einen Seite heißt es... Ja, ähm... Die suchen sich die schwächste Stelle aus. Aber ich habe ja auch schon gehabt, mal von links, mal von rechts. Mal von rechts. Ich bin auch nicht so wirklich verstanden. Also hier im Wasser ist aber nix. Hm. Oh, der Himmel, der sieht ja mal mega schön. Ach, guck mal, was ist denn da oben? Aber nur die ersten zwei Stunden momentan. Und das... Ah, krass. Äh... Äh... Aha. Oh, Mensch, gut ruhig. Oh Gottchen. Die Arme hat ihren Kopf verloren, nachdem sie mich gesehen hat. Das ist ja definitiv ein riesen Vorteil, weitläufig zu verteilen, wenn du zusätzlich Ballertürme hast. Das ist recht gut. Ja. Nur halt Kugelbedarf. Ja. Klar. Da brauchst du schon extrem viel Munition. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Das muss ja sowas wie ein Armeestützpunkt sein. Warte mal. Ich jetzt auch alles... Ja genau, das kann nämlich auch noch raus. Und die Schaufel kann theoretisch auch raus. Ach so. Ein bisschen Platz schaffen, ne? Vielleicht hätte ich doch mehr Munition mitnehmen sollen. Aber egal. So, wir packen das. Auf geht's in den Kampf. Ich will so ein Laster haben. Das wäre cool, wenn man sich den mitnehmen könnte. Oh nein, ich habe vergessen, mein Dings drauf zu machen. mein Fernrohr. Ach, Mist. Nee, toll, das war ja immer da. Hab ich jetzt hier eigentlich den Laser an? Warte mal, wie war denn das? Das war doch mit... Hm, shit. Was hat ein Six gesagt? V... F... E... Nee. Okay, ich sehe den Laser nicht. Na, wo war denn das? Unter 1? Nee, kommt ja nicht. 2. Hm, Y? Nicht. X? Ja, jetzt ist er unter X. Alles klar. Krass. Auf Dauer noch mindestens drei Schießtürme von hinten. Aber auch heute waren viele im Grundstück, obwohl der Zaun nicht kaputt ist. Echt, ja? Na gut, ich glaube, die spawnen auch bei dir. Und dann hast du ja die Grenze auch nicht bis ganz nach vorne zum Zaun. Ich vermute mal, die spawnen bei dir. Aber ja, die Schießtürme, die sind genial. Mhm. Da braucht man jetzt nicht mit. Da brauchen wir alles nicht mit. Okay. Gott, also ich, wenn ich das mal einordnen könnte, wo das immer ist, bin ich aber auch schon glücklicher. Boah, nee. So, was haben wir denn hier? Die mechanischen elektrische Teile. Nee, ich glaube, die lasse ich auch da. Geschossspitzen. So, nirgends. Gehen wir erst mal einmal rum. Sieht doch ganz schön kaputt aus, das Teil. Ich wünschte, man könnte die Zombies ein bisschen lauter machen. Das muss ja da hinten auch noch sein. Gehen wir erst mal, was der Keine Ahnung, ich habe hier natürlich die Spitzhacke gewandt, aber ich kenne noch, ob das nicht. Ach du! Hä, wie komme ich denn hier hoch? Ich war vermutlich von innen, keine Ahnung. Jawohl, da ist ein Streifen ohne Schutz, geht wegen dem Händler nicht weiter. Ja, 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 ja gut, aber guck mal, du hast es so gut abgesichert, dein Gelände. Ja, hier kommst du bestimmt raus und gehst hier rüber, nee, da kommst du aber auch nicht hoch. Oh Mensch, guck mal, die kleine Tanzmaus. Ja, und ich habe kein Fernrohr. Oh, was blödes. Da war ja wieder was. Ey, was machst du da? Ist ja die falsche Tür. Also ja, du kannst ja auch aufmachen. frag mich trotzdem, wie ich hier umgekommen. Oh! Du blödes Vieh. Da ist gleich noch ein. Ne, da kommst du gar nicht raus. Hä, wie kommt man bitte auf den Turm? Schade, dass der aus Holz ist. Das wäre natürlich mega, hier so ein Teil zu haben für die Hordennacht. Die Logik der Zombies ist manchmal spannend. Ja, ich glaube, das ist Glückssache. Oh, hier kommt grad keine Luft dran. Also da geht ne Treppe hoch. Also das wäre ja logisch, aber... Oder warte mal. Doch. Muss doch funktionieren. Aha. Darf nur nicht einstürzen. Äh, ähm, Gott. Das war, äh... Komm, da oben ist doch bestimmt nichts und ich stürze hier ein. Oh, das wäre aber mies. Oh, einmal den Treppen. Noch nicht? Okay, es gab aber Treppen. Ach hier. Nehmen wir die hier. Oh, ich glaube, ich kriege gar nicht da ran. Ja, ich glaube... Oh Mann, ey. Boah, da kriege ich doch gleich wieder Pickel. Meine Angst. Ne, warte mal, das machen wir mal anders. Die Hälfte rüber. Und die machen wir zu Blöcken. Jetzt hab ich den Platz mehr frei. So. Nimm mal weg. Kommt, der Ding geht doch bestimmt auch kaputt. Ah, ich weiß es nicht. Nee, geht's nicht. Okay, ich bin... Ja, ich möchte unbedingt hoch. Leider ist es bei meiner Angst immer nicht so einfach. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Ah, beim Treppen... Ja, ja. Ja, beim Treppen-Symbol. Ach, ich lass die Blöcke. Auf in den Kampf. Hey, hab's mir gedacht. Sah schon so aus. Oh nein. Ich komm hier nie wieder runter. Ja gut. Ich sag mal so, ich komm hier wahrscheinlich nie wieder lebendig runter. Oh Gott. Aber ich bin oben. Oh, ich muss erst mal meine Hände abwischen. Was blödes. Ah. Okay, weiter jetzt. Ist hier jemand? Na, natürlich nicht. Oh. Hier ist doch jemand. Guck mal. Guck mal. Erst mal die Schenke auspacken. Das sind Begrüßungsgeschenke. Wow, dreimal Stahl. Prima. Wow. Alter, dann ist das hier ein Questgip. Ich lauf einmal rum. Ach, guck mal. So. So. Den Honig nehm ich mit. Den nehm ich auch mit. Könnte ich doch gleich benutzen. Ach, die kann ich zur Zeit nicht verwenden. Dann weg mit denen. Oh. 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 Hohohoho, er ist aber geflogen. Der lebt noch. Ne, lebt er nicht. Boah, ist der geflogen. Er hat vom Bildschirm abgeschmeißt. Ja, danke schön. Dann kann ich jetzt auch endlich wieder besser sehen. Gott. Mhm. Ey, was hab ich denn hier in meiner Tasche? Also Honig auf jeden Fall. Das nehmen wir nicht mit. Auch nicht mit. Kaffee nehmen wir mit. Kein Pulver. No. Gut, das benutze ich. Eisensperr. Zerlegen. Mitnehmen. Und den nehmen wir auch mit. Ach, die kann man gar nicht zerlegen. Verdammt. Na gut. Nehme ich sie mal mit. Und Eisen natürlich. Das nehmen wir auch mit. Das sind Eisen, die man immer gebrauchen. No, und das war ja auch nur Eisen. Ich mag das, wenn das da immer so steht. Oh nein, und mir fällt gerade ein, ich hab schon wieder vergessen, Dietriche mitzunehmen. Das ist doch nie zu fassen. Ich werd's nie lernen. Ich werde es einfach nicht mehr lernen. Oh, das ist cool. So, das zerlegen wir. Und den ausgehen wir natürlich hoch. Auch mit. Wie die Frage ist. Da hochkommen wir wahrscheinlich nicht. Also nicht, dass ich da jetzt so... unbedingt möchte, aber... Hä? Doch, man kann da noch irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Frage ist, wie die Frage ist, wie die Frage ist. Die kann man bestimmt abbauen. Ich weiß nur nicht, was es dann gibt. Ach komm, wir gehen. Ich muss auch noch runter. Jetzt haben wir ein bisschen die Orientierung verloren. Runter geht immer, ne? Ja, vermute ich auch. So, jetzt müssen wir ja vorsichtig sein, weil... Genau. Oh shit, warte mal, dann kann ich doch nur... Nee, warte mal. Gehen wir mal weg. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der erste... Äh, und so. Ist da Bescheid? Kann ich den jetzt hier hinstellen? Oh Leute, ich kann ja nicht rüberspringen. Super, danke. Danke. Okay, Moment. Egal wie. Ja, am schnellsten geht es immer, was ich ihn kriege. Gut, ich habe noch ein Fahrrad zu Hause. Dann kann ich den hier noch holen. Nein! Gott, ich dachte schon, ich sitze jetzt auch unten. Och, meine Nerven. Okay, so hoch ist es nicht mehr, aber ich glaube, ich überlebe das trotzdem nicht. Lauf. So, der war nämlich auch kaputt hier. Okay, eine Runde muss ich noch gehen. Mist. Äh. Dachte ich mir doch. Mach mal Würfel. Okay. Bin ich wohl, dass das mit den Würfeln so gut hält? Ich weiß gar nicht, warum der Block hier ist. So, und jetzt, äh. Ja, und jetzt, ähm, naja. Was soll ich sagen? Shit. Und komm schon. Oh, komm schon. Pfff, okay. Okay. Schafft. Hier habe ich doch vorhin noch irgendwie Gesocks gehört und gesehen. Ach Mensch. Oh Gott, der Arme. Und hat er sich endlich hochbequemt. Entschuldigung, ich wollte dir nur helfen. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Ach guck mal, hier musst du bestimmt Generatoren anschließen. So, Arme Huhn. Ich lasse dich leben. So, dann nehmen wir mal den hier. Oh, warte mal. Skadi? Skadi? Ja, ja. Netter Versuch. Komm her, du Schmittelschleicher. Das muss er lernen. So. Guck mal hier. Die übersehe ich meistens, natürlich. Katzenfutter nehmen wir mit. Das kann hier weg. Und Wasser nehmen wir mit. Sag mal, Nilka, weißt du eigentlich, ob man das hier, so ein Trinkwasserbehälter selber machen kann und dann auch was rausbekommt? Also, Mineralwasser, das wäre nämlich echt cool. Weil wenn man die nämlich mit unterwegs nimmt, hat man nicht gleich noch einen leeren Behälter. Ach, der ist nur Lager. Ach, Mist. Ich habe die Katze geröstet. Da stand auch noch leere, alter Müll. Also, den Turm finde ich tatsächlich echt krass. Moment mal. Der hat doch Beton. Wow. Also, der Turm hat selber Beton. Und eine Betonmauer. Ach, nee, nicht ganz. Das ist nur fast. Du hast so eine? Als Lager, ja, okay. Hm. So, hier war ja eigentlich nicht viel drin, ne? Egal, ich lasse den trotzdem. Äh, so, das kann noch hoch. Äh, eigentlich bräuchte ich die auch nicht. Okay, fahren wir weiter. Na, die Frage ist aber, wohin? Weil hier ging es ja weiter zum Meer. Decken wir mal kurz die Karte auf, dass man sieht, wie groß das Meer ist. Ja, das sieht schon cool aus. Ich glaube, den habe ich ein bisschen erschreckt. Ja, nee, hier will ich nicht langfahren. Ups. Toll. Toll. Oder lieber zur Straße. So, mal kurz gucken. Ah, nee. Aha. Fahren wir doch mal die Straße lang. Hast du mal einen tollen Bergbauschacht gesehen? Nee, leider nicht. Echt? Hast du hier eine Mine gebaut? Dann weißt du ja auf jeden Fall, wie man das absichert. Habe ich da nicht gerade ein Haus gesehen? Ja. Den waren wir doch auch nicht. Warte mal. Nee, machen wir nicht. Na, die haben Schacht für runtergebaut. Ob die Mine heißt. Ob die Mine hebt. Werden noch Betten angenommen. Okay. Krass. Ja, cool. Eigentlich ist es auch effektiver, eine Mine zu haben. Ich bin halt nur so ein Schisser, weil ich immer denke, ich gehe verschütt. Das kann doch hier nichts Gutes bedeuten. Hm? Hm? Oh. Och, Mensch. Guck mal, der Kleingeteilte. Du hast Blasen. Er ist... Er ist eklig. Er ist aber auch so lange hier. Na, Ruhe ist jetzt, oder wie? Schickes Bild. Ach, siehste, ich hätte mal einen Schlafsack mitnehmen. Na, obwohl, nee, eigentlich ist das auch wurscht. Toll, die ganze Arbeit vernünscht hier. Habt ihr eine, wo Eisenkohle-Schwefel ist? Ja. Gehst ja sonst verschütten. Du bist da und wächst im Bett. Äh. Wenn du verschütten gehst, na und? Bist du... Und dann wachst du im Bett wieder auf. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich weiß nur nicht, ob der Rucksack dann noch zu holen ist. Aber müsste ja theoretisch... Na? Aha, nichts. Wie? Na? Äh, was? Meine Ahnung, was das war. Verkaufspreis, Leiderpanzer... Magnum. Moe Power Electronics. Jetzt aber. Hm. Hm. Guck nicht so. Ach du meinet. Wie komm ich denn da jetzt runter? Oh. Wenn ich tot, muss mal buddeln. So ein Spiel passiert hier. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum ich auch im Spiel diese Ängste übernehme. Theoretisch kann ja auch nichts passieren, aber... Äh, nein, runter. Auch da. Also die Zelte sind ja mal echt leer. Und da rauf? Mensch, Katze! Es tut mir leid. Moment. So, ich hab dich auf. So. Das machen wir jetzt immer so. Beide Zelte haben einen Lootsack gehabt. Äh, wo denn? Ach. Ja, das hab ich tatsächlich nicht gesehen. Hey, Juckersack. So, was hab ich denn hier bekommen? Technik-Freak. Bewahre deine Roboter davor, auf der Müllkippe zu landen. Äh, wo denn? Hm? Die kommen immer von der Seite. Ach, guck an. Äh, guck ich die anderen Seite auch nochmal gleich... Äh, gleich durch. Danke, Nierka. So, Alt-Eisenhelm nehmen wir mal mit. Na, und das war doch... Zement, alles klar. So, Zement und Kohle nehmen wir auch nicht mit. Nehmen wir auch nicht mit. So, was war das nochmal? Roboter und Schockstäbe nutzen nicht 20% langsamer aus. Ja, das ist doch super. Okay, die zerlegen wir. Ah, Bauplan... Oh, der bringt viel. Und Klingenfalle, der bringt auch viel. Die versuche ich zu retten. Stell ich mir mega bequem vor auf, so ein Loch, Penn. Naja. So, wenn du Bohnen gegessen hast, ne? Dann weißt du gleich, wohin mit den Abgasen. Hahaha. Dann so. Achso, Moment, da kommen wir doch wieder... Ne, kommen wir nicht. Na gut, ich fahr mal die Straße hier lang. Ja, dann wieder zurück. Lauter so eine Militär-Außenposten. Achtung. Ähm... Sohn? Was ist das? Ja, das war klar. Das war klar. Hä? Wer denn? Nein! Läuft hier schon wieder in den Kreis? Oh, eine Horde! Verdammt! Das war weg hier! Oh nein, wie ärgerlich! Ich war doch noch gar nicht fertig. Das war erstmal verbannt. Wo denn? Okay, da ist die Tanzmaus. Na gut, ich geh erstmal in Sicherheit. Doch haben wir wieder hier an der gleichen Stelle. Mein Bein ist auch noch gebrochen. Ach, na toll. Ach nee, verstaucht. Ah, miss. Ohne Infektion. Ja, begeistert. Von einmal draufhauen. Ja, danke. Ohne Infektion. Ah. 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 Du sie nutzschlachten. Ich muss mich eher nutzschlachten, glaube ich. So, wie kommen wir denn jetzt hier zur Straße? Ja, natürlich. Ja, der Kutcher hat den Weg verloren. Mist. Keine Katze früht sich. Ich glaube auch. Aha, hier. Hm, die waren jetzt weg. Keine sind zwei. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen. Oh, das mit dem verstauchten Wein ist ja mal ärgerlich. Noch sechs Minuten. Vielleicht ein bisschen doof, was ich hier mache. Problem ist, ich höre die Zombies so schlecht. Ich sehe die ich. Kann ich ein bisschengehen? Ich meine, ich habe da noch den Ghetto-Man gesehen. Also nochmal. So, den hatten wir, aber den hatten wir nicht. So, guck mal, was ist hier neben? Wäre natürlich, wenn ich die ganzen Dosen mir nach Hause schleppen würde. Halt mal ordentlich Eisen. Ach, guck mal, hier sind ja Nahrungsvorräte. Ach, guck mal, hier sind ja Nahrungsvorräte. Hm, ich stelle sie ab. Das ist schon spektakulär. Genau, Eisenpfeil, genau, zerlegen. Hä? Ist dein Kopf nachgewachsen? Nee, das ist ja nicht. Okay. Ich glaube, ich könnte einen Verband gebrauchen. ist hungrig. Dann wollen wir doch mal was essen. Wir haben noch genug. Also, wir haben erst mal das hier. Das ist kein Weg. So. Na ja, gut. Bricht doch bestimmt der Boden ein. Ja, nee, nicht ganz. Alter, jetzt ist es aber mal gut. Ihr seid aber auch aufdringlich. Also, nee. Und ich bin ja voll am rumzappeln. Sollte echt den Hammer nehmen. Oh, da geht's runter. Machen wir mal ein bisschen Eisenmittel. Oh, genau das ist das, was du dabei hast? Was ist das? Ich nehm die mal mit. So, versuchen wir mal als Ganzes. So, ich nehm die mal mit. So, ich nehm die mal mit. Hm, keiner da. Oh nein, wie cool ist das denn? Nochmal einen lila Brustpanzer. So, die kann man zerlegen. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Ja gut, Kaffee nehm ich jetzt nicht mit. Aber, was macht denn hier raus? Messing mehr, Kummel. Nee, kein Messing. Komm mir doch gleich so komisch vor. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. So, es ist für Rüstung. Okay. Oh, sollte ich auch mal wieder reparieren. Warte mal. Bin ich gerade. Stoffhetzen. Okay, ich sollte doch erst mal Stoffhetzen sammeln. Nee. Ändern. Ändern. Wüstung? Kaffee. 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 Oh, cool. Oh, cool, es regnet. Lass ihn dir schmecken, dein Kaffee. Krieg ich hier auch Säcke? Ne, Sand. Kannst du behalten, kannst du behalten. So. Hier haben wir Eisen, nehme ich jetzt aber nicht mit. Äh, da brennt's. Oder es ist Sonnenuntergang. So, und die Verstauchung ist weg, dann bin ich auch schon mal froh. Machen wir mal Fernlicht an. Und der Kuchen? Nein, ich zahle nicht. Dann gibt's keinen. So sieht's aus. Ja gut, Seidi muss jetzt erst mal sammeln. Er hat ja keine Punkte mehr. Die sind ja alle weg. So, hier waren wir doch gerade. Ich würde gerade sagen, lass uns mal einen Schlafsack bauen und dann... ...schlafen wir die Nacht. Aber hey. Ich glaube, dass nix wird. In dem Haus waren wir, glaube ich, auch mit dem Kamin. Ich bin mir nicht sicher. Ja, elektrische Teile und sowas. Weiß ich nicht. Boah, 61.000 sind weg. Ach, Mensch. Man kann vom alten auf einen neuen Chart transferieren. Wie geht denn das? Bei Stream-Elements? Ja. Weil dann würde ich Seidi die Punkte wiedergeben. Brauchst du nicht alles gemunt? Oh, bist ja süß. Also, ich hab leider keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Kann. Aber das ist ja schon mal gut, dass man das dann wiedergeben kann. Das ist schon ärmerlich. Wenn man viele Punkte hatte. Also, ich rede das. Oh. Wie? Wie? Da kommt der Geteilte. Ah, du bist schon tot. Ach Mensch, ja klar, ich brauche bei dir nicht so viel. Es sind echte merkwürdige Gebäude. Also diesmal in den Keller gefallen. Oh. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht einordnen. Wo die herkommen. Also die Geräusche meine ich, wo die Zombies herkommen. Da, wo deine Punkte eingerichtet hast. Neu- und Seidie-Punkte wegnehmen. Die auch weg sind und so und auf neue Seidie-Punkte gehen. In der besten Liste deiner Treuepunkte auf Bearbeiten gehen. Na, warte mal. So. In der... Okay. So, okay. Okay, und dann sei die 66, 8.020 hat er, den jetzt mache ich mal bearbeiten. Who do you want to give points to? Who do you want to give points to? Alte wegmachen, falls sich da jemand anders den Namen holt. Ah, okay. So, und dann habe ich jetzt Username und dann müsste ich Points eingeben. Und dann, amount of points to add to this user. Nee, das wäre ja Quatsch. Anzahl reinschreiben, die bekommt er. Ach so, Minus. Ach, die werden dann weggenommen. Ach so. Ach, warte mal. So, sei die 66, 8.020. 8.020. Dann machen wir das mal. So, Minus. Minus. 8.020. So, dann ist der weg. Und jetzt gehe ich auf Seidi. Ihr müsst ja jetzt auf Platz hinten sein. Irgendwo. Moment. Gucken wir mal. Seidi, Seidi, Seidi. 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 Wo haben wir denn den Seidi? Oha, viele. Viele Namen hier. Seidi, wie viele Punkte hast du jetzt in etwa? Ja. 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 Ja, über 100, über 200 wahrscheinlich sein. 670. Ach Gott, dann kann ich aber noch ein bisschen suchen. Ach so, ich könnte auch nach Namen suchen. Äh, Seidi 80. Seidi 80. So, search mal. Okay, so, dann bring mich doch mal dahin. Mach da nicht. Also, er bringt mich nicht dahin. Das heißt, ich muss dich so suchen. Ist ja mal blöd. Ach, da bist du schon. Okay. So. Edit. Und. 8020 waren es. Zapp mit. So, damit müsstest du jetzt wieder Punkte haben. Ey, das war ja mega einfach. Danke, Nilka. Ja, die gelöschte Menge auf neuen Chart tun. Ja. Krass, wusste ich gar nicht. Ey, man lernt immer was dazu. Kost extra, wie immer. Oh Mann ey. Schreib's auf. Kost extra, wie immer. Dauert meistens einen Moment, bis das aktualisiert ist. Ja, alles klar. So nach 670, alles gut, Seidi. Wird schon. Spätestens dann, wenn du dich in die Seite neu lädst. Ach, da. Ach, guck mal, Frankie. Ich glaube, der tanzt so, weil er auf dem... Steht da auf der brennenden Tonne? Ich glaube, hier muss man aufpassen. Ich glaube, hier kommt man irgendwann in den Keller. Ach, guck mal. Nee, Koch-Topf. Brauchen wir jetzt so nicht. Aber es betrifft natürlich nicht die Kanalpunkte von Twitch. Die kann man nicht neu machen. Ah, okay. Ah ja. Ist halt so. Da, jetzt doch runter. Ja. Ist mal eine Hühnersuppe essen. Hau den Kleinen nicht. Das mach ich. Hat der mir den Kleinen weggehauen. Das ist ja gemein. Aber irgendwie... Ja, ich finde das so mega interessant, durch diese Häuser zu gehen. Und so zu überlegen, dass sie versucht haben, sich zu verstecken und zu überleben, ne? Wo die alles... Nein, ich habe es gewusst. Ich depp. Ich habe einfach mal wieder keine Dietriche. Ich habe es wirklich auf meinem Zettel stehen. Dietriche einpacken. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Oh, ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Ist nicht wahr. Hirsche sind im Überfluss vorhanden und daher als Jagdbeute beliebt. Verursache 10% mehr Schaden an Hirschen. Ausgerechnet die will ich eigentlich nicht so... Wow. Töten, also... Ja, was soll ich sagen? Boah, ich bin echt... Aber ist egal. Liebhaber im Schrank versteckt und dann vergessen. Heißt ja zufällig Kevin, der Liebhaber? Hat er vergessen, rauszugehen? Oh, warte, Schatz hier. Ich hole dich dann, sobald mein Mann weg ist. Habe ich nicht genug Ausdauer. Oh, komm, das ging ja mal schnell auf hier. Toll, Schockstab 2. Super, yeah. Glücklich bin ich jetzt. Toll. Hat sich gelohnt. Na gut, ich will mich auch gar nicht beklagen. Hätte ich keinen, würde ich mich jetzt freuen. Wer hocke hier eigentlich immer noch? Nee. So, aber das wollte ich doch lesen. Benutzen. So. Und ich wollte meine Rüstung ein bisschen reparieren. So, die ist repariert. Die können wir doch erst mal... Mit was eigentlich? Parieren? Aha, mit dem. Können die auch reparieren? Nee. Die kann ich nicht. Und die müsste ich aber auch reparieren können. Mal wieder ein bisschen Schutz hier. So, aber wieso habe ich denn jetzt noch 5? Ich hatte doch nur 3. Ändern. Nee, da ist auch ein Mod drin. Hier ist noch ein einfach Mod. Habe ich den wieder rausgemacht? Keine Ahnung. Egal. Mal gucken. Nein. Nicht fallen. Ah, hier ist schon der Ausgang? Nein. Nein. Dann kam ein Brecher, man totlieber, aber verhungert. Oh, verdammt. Schokokuchen mit Sahne, wenn es mal länger dauert. Oh, danke schön. Schokokuchen mit Sahne. Oh, das ist schon. Oh. Oh. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Ja, wieso? Habe ich schon mal gesagt, dass ich mir wünschen würde, ich könnte das einordnen? Cardi, musst du mich so erschrecken? Ach ja, ich habe dich auch lebt. Du brauchst mich gar nicht ablecken. Ab ins Loch. Ja, ja, mache ich. Warst du da schon mal drin? Komm, da ist doch bestimmt... Warte, ich muss erst mal hier Katze erziehen und so. Komm her, mein Gott. Ja, ja, ich weiß. Ist gut, ist gut. Ist nicht mehr auf. Problem ist, wirklich, ich reiche dir einen kleinen Finger, dann nimmt sie mir gleich die ganze Foto. Muss noch mal. Jetzt konsequent sein. Ich lerne dazu. Warte mal, der Hund ist hier irgendwo... Da ist er doch. Tschüss. So, ab ins Loch. Noch mal Waffen laden. Sehr gefährlich, ist eine hartige Keptinerin. Ich habe festgestellt, dass das da nicht ganz gut tut, wenn sie mal ein bisschen ihre Grenzen und so... ein Ofen... ein Ofen... Er macht das Rädchen. Hm. Hier ist nichts weiter. Und Steine könnte ich mitnehmen, aber. Ja. Oh, Frischfleisch. Dreimal Wasser ist da unten. Hust. Oh, gleich zwei drin. Dankeschön, Jekka. Das bin jetzt mal gleich mal. Weil ich das Pfand eigentlich auch mal wieder mitnehmen müsste. So, schauen wir mal. Die müssen wir jetzt ab... Boah, ich muss mir das markieren. Nee, die haben wir nur abgesucht. Genau, da sind wir hergekommen. Dann jetzt hier und dann... Rechts. Warte mal, das ist auch noch irgendwas. Äh, machen wir da nicht? Nee, die sind. Äh, machen wir da nicht. Äh, machen wir das mal. Ja, klar. Hier waren wir. Warte mal. Mach ich doch mal jetzt hier. Äh, Wegpunkt speichern. X. F. Fertig. So. So, das hatten wir jetzt auch. Bei dem weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es hatten wir auch gemacht. Genau. So, jetzt hier weiter. Oha. Boah, das war das Riesengebäude. Ich glaube, da sollten wir am Tag hin. Tja mal. Da haben mehrere Riesengebäude. Wow. Wir haben auch noch mal ein großes. Am Tag sind... Nee, aber am Tag ist nicht so unheimlich. Was haben die denn hier überhaupt für Stützpunkt überall aufgestellt? Hier ist auch noch mal so ein komischer Turm. Ach, warte mal. Hier ist doch die Tankstelle. Das müsste nämlich das letzte Gebäude auf der Karte sein, dann. Tag ist doch noch mal. Ich bin nicht so unheimlich. Ich bin doch mal. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ja, ich bin nicht so mutig wie du. Muss ich ja mal sagen. Ne, ich bin voll. Kleine. Jetzt erst mal, dass ich hier in dem Spiel Wärmung sehe und dann auch für Zigaretten. Schaden. 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 Das war's, ich dachte eigentlich, hier kommt ein Geier. Das war's, ich dachte eigentlich, hier kommt ein Geier. Das war's, ich dachte eigentlich, hier kommt ein Geier. Das war's, ich dachte eigentlich, hier kommt ein Geier. Das war's, ich dachte, hier kommt ein Geier. Ja, hier kommt ein Geier. Ah. Wo bist du anders? Der dicke Schwabbelmeister. Der ist immer voll ranzig. Ich bin echt... Voll. Sehr gut, das war ein Heizkörper, ja. So, Federn können weg, Papierkannen weg. Rohre, die zerlege ich. Den zerlegen wir aber nicht. Die könnten... Theoretisch weg. Die müssen wir nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Hm. Reicht mal so schlecht von der Leiter auszuschießen. Oh. Immer das Rotlichtviertel. Oh, den nimm ich mit. Mach mal nicht mit. Nee, das war ja nur aus Eisen. Ja, ich sehe schon. Also wenn ich ihn trinkt und mordet, schafft sie an oder wie? Naja, Mensch. Muss ja auch viel zu Geld kommen. Das Leben eines Streamers ist hart. Ei, ei, ei. Tschüss. Hä, wieso ist denn... Noch nix gesagt. Oh, Kaffee. Stimmt, jetzt, wo ich mich hier so umgucke, ist hier überall Werbung. Ach. 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 Äh. Ach. Oh! Uuuu! Ach! Uuuu! Neckl! Jetzt legen wir mal gleich. Geht bitte raus. die gut ruhen hä, wie ist denn der Turm hin, hä, was hat der Turm gerade klein gemacht haben wir das jetzt endlich leer, wie Sachen hier, mechanische Teile naja, eigentlich brauche ich euch auch nicht mehr hm 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 Das war's für heute. Gott. Schäm dich, mich von hinten anzufallen. Ach, das ist nur Holz. Okay, es ist nur Holz. Hm, lohnt es sich auch nicht wirklich klein zu machen? Okay. 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 Yeah. Okay. Okay... Ist der tot? Leg dich hin, schlaf ein bisschen. Keine Ahnung, ob der tot ist. Jetzt ist er tot. Oh Gottchen, ich konnte ihn nicht leben lassen. Ich finde das so jämmerlich, wie die heulen halt irgendwie. Und du bist hungrig. Sehr gut, dann essen wir das mal. Hundegulasch. Pudelgulasch. Kennt man ja noch. Wurzeln legen. Stahlwerkzeugteile. Okay. 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 No. Hmm. Ich habe irgendwo noch einen Hund. Ach, eigentlich habe ich hier nichts davon. Hmm. Non. Avec damit. Ja, ein Motor. Sehr schön. Oh. Oh. Da freue ich mich. So, was haben wir denn noch? Ach, das ist doch ... Hä? Äh, so ... Stahl. Hm. Um Reifen war sie auch nicht. 184 ist natürlich eine ganze Menge. So, die können wir nämlich essen. Die kommen weg. Ach, verdammt. Ich hoffe, naja, nee, so viel Platz haben wir nicht mehr. Benutzen. Ja. Ja, die bringen auch Geld. Die können auch weg. So, können wir das gleich mal markieren. Genau. Genau. Und ich glaube, hier wurde das bergig. Aber hier haben wir noch nicht frei. Aber hier ist es ja wirklich, wenn ich jetzt so stehe. Na ja, kommen wir genau da rüber. Hey, Katze. Oh, was los, hm? Nee, nee. Nicht hier vorne hin. Ich glaube, ich muss mal hier an meinem Mikrofon stellen und ein bisschen ölen. Sorry dafür. Hä, das ist doch jetzt was anderes? Ähm. Wir hatten doch eine große Kaserne gesehen. Boah, hier ist aber bestimmt viel zu tun. Ist da irgendjemand? Geh mal rein, oder? Was ist denn das für eins? Ach, hier war das. Nee. Hier, ich bin falsch abgebogen. Ach so, weil ich das aufdecken wollte. Alles klar. Ja, machen wir das, oder? Eigentlich bräuchte ich mehr Platz im Inventar. Na gut, lässt sich nie ändern. Holz kann man eventuell noch... Und eigentlich könnte man auch... ... Davon eine machen. Äh, das Auto hat wesentlich mehr Platz. Äh, die... Meiner... Die nehmen wir mal mit. Fleisch können weg. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Die können wir noch essen. Die können wir noch essen. Ja. Weil theoretisch könnte man auch eine Truhe vor die Gebäude stellen. Uh. Ja, super. Nur die Frage, ob die die kaputt machen. Die Hortentotten. So, was war denn das? Schadensvermeidung 50% für 2 Minuten. Jetzt mal nicht mal. Oh, ich glaube, ich würde von oben einsteigen. ganz nach oben. Katze? Ja. Ach, Mensch. Liegt da etwa... Ach, ne. Der kommt mir entgegen. Oh. Ah, super. Muss ja erstmal wieder ein bisschen laufen. Hä? Shit. Was ist denn hier los? Wie geht's denn hier los? Muss ja so. Ja, komm ich besser auf der Seite. Die 신분kdetent für 3 Minuten. Dannst du Helen fascinating und gut. Hör in Worlds. Boah, war das jetzt alles ja krass. Wie viele Leute da in dem Haus wohnen? Komm auch hier einsteigen. Komm auch hier einsteigen. Das hat mich jetzt auch gewundert. Das ist einfach ein Toaster. Was ist denn da für eine Waffe? Mal erst mal Schatten dicht machen. Toll, nur Gammel. Ein selbstgebautes Schrotfilm. Naja. Wollte ja sehr gerne bessere Waffen haben, aber... Ist das nicht so ähnlich, wie das eine Haushaus wir letztens hatten? Ist da kein Durst dran, ne? Ja. 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 Gehen wir mal die andere Seite lang. Den Kronleichter hätte ich gerne. Ja. 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 Boah, hier kannst du ja stundenlang drinbleiben in dem Haus. Ah, normalerweise kommt hier immer einer raus. Oh, hier ist jemand nöcht? Noch einer. Das war fies. Einer hätte ja gereicht. Ich meine, die Dinger sind so unbeweglich und trotzdem sehe ich die immer kaum. Und dann? Ey, das ist doch ein Geier, ne? Ja, das ist doch ein Geier. 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 Hä? Achso, ich dachte, der war gerade noch jemand. Geier. Na ja, erwischt habe ich... Den jetzt erst. Okay. So. Ist das hier eine Schule gewesen? Noch ein Reifen. Krass, was das hier ist. Ah, hier gibt es viele Baumaterialien. Das ist gut, dass ich Hunger habe. Jetzt mal Katzenfutter essen. Ja, mit dem weiß ich auch nicht. Was kann ich denn das zerlegen? Kann es Eisen zerlegt werden? Hm? Ja. Oder? Der Duschkopf macht ja viel, aber kein Platz. Oh, da liegst du doch bestimmt. 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 Oh. Oops. Oh. 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 Oh, da liegst du dann auf einmal alle her. Okay. Kann ich über euch laichen? Seid ihr mein Teppich? Mein stabiler Untergrund? Oh. Oh. Kann ich mal kurz was trinken? Okay, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Eins, zwei. Oh. Ich denke mal, dass der Boden hier fest ist. Ich hoffe es. So. Was haben wir denn da? Gefütterter Brustpanzer. Oh. Oh. So, warte mal, da ist doch ein Mod drin gewesen, oder? Nee. Aber wir haben doch, was haben wir denn für einen? Stahlbrustpanzer, alles klar. Nee, dann... Adieu. Soll ich jetzt gar nicht mehr auf dem Boden hier? So, warte mal, sind wir da raus? Ja, da müssten wir auch was gekommen sein. Stimmt, und ich habe vergessen, die Heizkörper mitzunehmen. Das müssen wir noch machen. Auf einer Treppe war auch noch einer. Da geht's kaputt. Okay, wie komme ich? Wo denn? Ich kann da alles runter gucken. Ja, da hinten ist noch ein Heizkörper. Oh, hab ich vergessen. Oh, ich komme raus. Der kleine Willibald. Der nicht Willibald heißt. Aber irgendwo ist noch einer. Okay, noch mehr von euch? Könnt ihr mal die Tür freigeben, damit ich da durchkomme? Das wäre wirklich sehr nett. Oh, ich hoffe, ich krach hier nicht ein. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Also... Sehr erotische Pose. Oh, Treffer. Aber es muss doch hier eine Schule oder sowas sein. Internat vielleicht. Wie verschlossen. Gucken wir erst mal hier rein. Gucken wir erst mal hier rein. Ach, das kann ich nicht verwenden. Ach, das kann ich nicht verwenden. Das kann ich verwenden. Das kann ich nicht verwenden. Hoch. Ja, Stoffhetzen. Okay, da haben wir wieder ein Loch. Ein bisschen aufpassen. Oh, wie gemein. Bücherregal und dann bekommst du Papier. Auch wenn man das ja auch braucht, aber... Da ist noch ein Heizkörper. Moment mal. Study. Hm, so. Hm. Kann ich nicht noch ein paar Rahmen machen? Trau den Frieden nicht. Hier geht's auf jeden Fall kaputt. Guck mal. Medizinische Vorräte. Nein, die Krücke hätte ich mehr umbrauchen können. Hm, ich weiß gar nicht, ob wir da weiterkommen oder dann wieder zurück müssen. Aber es ist schon ein cooles Gebäude. So, das müsste doch... Äh. Oh nein, noch ein Dachboden. Die sind ja auch mal so schwer. Gut. Kurz Waffenladen. Alle mit gelben Augen. Treppenrutschen. Oh, die leuchten ja sowas von. Oh, da habe ich immer Glück gehabt. Die dramatische Musik gerade. Ist ja bestimmt noch mehr. Was für Baumaterialien. Töne Lauf. Denen Sie einen Knapp oder seit ungefähr 11 Jahren gibt. Töne Lauf. Töne Lauf. Denen Sie einen Knapp. Oh mein Gott. Lauf. Oh, einer müsste noch sein. Einer müsste noch sein. Ah, was für ein Gebäude, krass. Komm schon. Was ist er denn? Ich weiß nicht, ob dir runtergefallen ist, die Madame. Verdammt. Okay, er war zu duft durch die Tür zu gehen. So, und jetzt müsste da noch ein Holzfäller sein. Okay. Siiiis! Sch-sch-sch-sch! BAM! 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 Das blöd, dass ich das noch vergessen habe. Ich glaube, den kriege ich nicht davon. Ich glaube, einer ist hier noch. Ich bin mir nicht sicher. Baseball-Schläger. Hab ich auch nie ausprobiert. Wo sind die? Das ist ja mies. Die waren alle hier drin. Hier war doch gerade was. Noch eine. Ach, das geht nicht. Oh, Menno. Komm, wir müssen nicht wissen, was da ist. Loll, Handtasche. Armer Geld. Ist ja auch nicht zu behalten. Ja, könnt ihr jetzt mal die dramatische Musik aufhören? Oh, das haben wir noch. Eugen laden wir nicht. Oh, was ist mit Essen? Ich nehme da nochmal Essen. Annutzen. Ach, Mensch, da. Ah, danke, dass du mir den Loot gezeigt hast. Da bin ich still noch. Gelb Auge lebt noch. Ja, von da rein. Oh, wow. Ne, ich bin jetzt nicht. Okay, irgendwo kommen da welche rein. Ich traue mich gar nicht, den Boden zu berühren hier. Oh. Egal. Sehr gut. Sehr gut. Ey, das lohnt sich halt hier und eine große Kiste. Aber was soll ich sagen? Arme wirfen. Äh, ne, ich habe leider... Ihr wisst Bescheid, aber die knacke ich mir auf. Termine. Was ist denn das eigentlich? Oh, es war das Mondschein. Aha. Oh nein, die 10.000 noch. Ja, es tut mir leid. Ah, wo sind die denn? Hm. 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 War ich draußen auf der Terrasse oder nicht? Hm. Hm. Aber da ist keine Terrasse. Aber da ist keine Terrasse. Oh, und irgendwo muss noch jemand sein. Oh, und irgendwo muss noch jemand sein. Oh. Oh, bin ich froh, dass die erst aufs Geländer gehen. Was für ein Lärm die machen. Oh. Puh, Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob das eine Horde war. Ja, sehr gut. Wir können uns hier wieder der Truhe widmen. Was für ein Lärm. Ja, eine Hälfte haben wir. Tut mir auch hart. Ich weiß nicht, warum ich die Dietrich nicht vergesse. Nochmal ein bisschen geduckter. Das geht aber eigentlich ganz gut mit dem Schlüssel hier. So. Hoch. Oh mein Gott. So, wir haben Messbecher. Oh, dann hier, Lederstiefel. Oh, jei, jei. Ämpfte Verbindungsmord. Ist überlastet. Ja, das ist leider so. So, wo bin ich denn? Aber ich habe alles eingepackt. Das ist schon mal sehr gut. So, Rüstung. Das war doch Kampfanzug. Nochmal den hier. Nein, da passt nichts mehr hin. Verändern. Ah, verdammt, Tiso, du bist doch Rüstung. Kampfanzug. Ach, Mist. Wie ärgerlich. Na. Säure. Okay, warte mal. Die zerlegen wir mal. Weiß nicht, ob ich das schaffe, die zu verkaufen. So, und was ist mit denen? Lächter, was du reparieren? Sie mit einem Reparaturkit. Mhm. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Und Motorwerkzeugteile mal wieder. Oh Mann, viel darf ich nicht mehr finden. Warte mal, dich können wir doch noch essen. Ach nee, ich bin satt. Ähm. Naja. Gut, dann esse ich das Ei. Was machen wir mit dem Reifen? Brauche ich eigentlich auch nicht. Eigentlich können wir Reifen selber herstellen. Na, mal gucken. Na gut. Was machen wir denn? Brauche ich dir auch noch an. Ich habe jetzt ein bisschen was zusammen. Da können wir ja theoretisch erstmal zum Händler fahren. Ah, Messing, sehr gut. Wasserkuppler sind da. Ich glaube mit Pistole. Kommen wir hier echt weiter. Naja, ist nicht wahr. Du willst mich wohl veräppeln, du komisches Spiel. Ich fasse es nicht. So, gefütterte Beinschienen. Boah, ich habe auch sechs, glaube ich. Ne, ich habe fünf. Die sind besser. Kann ich die nicht reparieren, verdammt. Hm. Weil ich die Dinger weggeschmissen habe. Na gut. Nö. Also, ich muss echt sagen, wenn man das, das Gebäude hier irgendwann als, äh, Questgebäude hat. Wahnsinn. Angelblei haben wir auch draußen. Skadi, versuch's gar nicht erst. Ach, Meustchen. Hm, mal ganz kurz kuscheln. Noch einen kleinen Moment, ich muss kurz die Katze kuscheln. Ja. Versuch's das aber auch mal. Nun, komm mal auf meinen Schoß. Na, komm mal. Hm. Weißlo. Hm. Tü? Ja. Es ist nett, dass du mich ableckst, du Segel. Und das Fischgesicht. Und so. Erst Gesicht ablecken und dann nochmal schön mit den Haaren da lang. Hm, verdammt. Zack, ganz, ne? Na, komm mal ran, komm mal ran. Ui, Geld. Naja, ich bin überlastet. Zerlegen wir mal. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Da hinten waren wir. Da unten ist noch ein Heizkörper. Nur die Frage ist, wie der Boden hier einbricht. Ach nee, ich bin ja hier schon lang gelaufen. Da ist noch ein Rucksack. Dann hab ich gar nicht abgebaut. Machen wir mal. So, und dann kann ich doch das erst mal zerlegen. Das auch erst mal zerlegen. Ähm, das kann man reparieren. Dauert ne Weile. Irgendjemand ist hier noch. Ach, da unten war ich. Ich glaube, er will mir entgegenkommen. Aber komme ich hier auch runter, ist auch die Frage, ne? Wo denn? Ach, das ist nur ein Badezimmer? Ach stimmt, hier bin ich ja durchgekommen. Ja, ich glaube, ich hätte ihn nicht. Ja, ich habe keine Epsify. Ich habe ihn noch mehr. Ich habe ihn noch nicht. Es ist nur ein Badezimmer. Ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn noch nicht. Jetzt bin ich noch nicht. Es ist nur ein Badezimmer. Ach ja. Ach ja, das ist ein alles kaputtes Ding. Ich hoffe, ich muss ja nicht nochmal hochrennen und vergesse dann, dass hier der Boden kaputt geht. Also das mit den ganzen Materialien ist schon Wahnsinn hier in dem Haus. Ach du meine Hüte. Eine Glücksbrille. Auch vier. Ja. Vier. Ich bin lustig. Eine ist auch vier, aber ich weiß gar nicht mit dem Grabradius. Was haben wir denn hier? Bauplan, Sichtbar. Oh, die ganzen Mords. Schießpulver. Oh, Moment. Sorry. So, Schießpulver nehmen wir natürlich mit. Steine lassen wir hier. Ja, hier ist der Heizkörper. Ja, hier waren wir. Waren wir nicht. Oh, falsche Richtung. Oh, hier ist der Schraubenschlüssel an. Ja, nein. Oh. Oh, hier waren wir. Schau dich mal mit dem Schraubenschlüssel. Oh, nein. Oh, das war's hier. Oh, das war's. Oh, das war's. Ja, im Keller waren wir nicht. Oh, da ist noch ein Bücherregal. Boah, ist das riesig, das Gebäude. Wo ist denn mein Motorrad? Oh. Doch, der ist tot. Ja, die Frage ist... Frage ist immer flüssig. Wir gehen erstmal zum Motorrad. Ist ja kein Questgebäude. Ich weiß nur nicht, ob ich da noch ein paar Sachen unterkriegen kann. So, das haben wir. Angelblei? Ach nee, das war nicht... Ah, okay. Dann können wir das doch zerlegen. So, das können wir... Das können wir essen. Stiefel, Glücksbrille. Ja, komm, ich sollte noch ein bisschen leer räumen. Das machen wir hier rein. Das kann hier rein. Der kann hier rein. Die Triche. Das. Glücksbrille behalte ich mal hier. Das kann, das kann, das kann. Ah nee, warte mal. Die nehme ich mal lieber mit. Die nehme ich auch mit. Warte mal, da können die doch auch rein. Ja, ist die Frage, wie ich die dann nach Hause tragen will. Wir bekommen bestimmt noch mehr Loot. Warte mal, das Blei kann ich doch. Ah, Steroide. Doch, muss ausreichen. Na, nochmal rein. Ich weiß nicht, was im Keller ist. Ich weiß nicht, ob ich in den Keller möchte. Ich weiß nicht, ob ich in den Keller möchte. Ich weiß nicht, ob ich in den Keller möchte. Das war nicht. Ich weiß nicht, ob ich in den Keller möchte. Hey, wo war ich denn das gerade mit dem Bücherregal? Hm. Ein Fake-Schrank. Ja. Ja. Ach, der witzig, kommst du von der Rückseite dran, nein, noch ein Bauplan. Ja, ich würde sagen, danach fahren wir erstmal zum Händler. Können wir ja eigentlich zu Jen fahren. Ja, hier war das. Nein, ein Buch, was ich noch nicht habe. Geier sind üblicherweise in der Wüste anzutreffen. Verletzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an, verursache zehn Prozent mehr Schaden an Geiern. Juhu. Kaffee, ja, die leeren Wasserkrüge. Könnte man sich ja eventuell auch mal machen. So, nehm mal mit. Gibt Geld. Gibt Geld. Genau, hier sind wir nämlich reingekommen. Geht doch bestimmt gleich die Post an. Hä? Okay, kurz das trinken. Hm? Hm? Nee, das... Ja, ja, okay, alles klar. Ah, dann kommst du hier dann zum Keller oder so. Ja, nehm. Ja, nehm. Ja, nehm. Rüchten auch, aber so viel kann ich nicht mitnehmen. Wohin. 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 Ja gut, unterirdisch. Theoretisch könnte ich ja auch zwei Geschütztürme mitnehmen. Um absichern. Nein, wir machen erst mal die eigene Seite, glaube ich. Nein, wir machen erst mal die Seite, glaube ich. Oh, was für ein heftiges Gebäude. Oh, nein, in den Schränken ist doch bestimmt jemand. Nö, keiner. Hä? Okay. Bin ja ungewohnt. Ach, jetzt habe ich die Beinschienen draußen gelassen, glaube ich. Egal. Ach nein, Lederstaubmantel. Meiner ist besser, okay. Verdammt. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. 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 Was für ein Gebäude. Ich bin gerade richtig stolz auf mich, seit ich hier durch bin. Jetzt erst mal sortieren. Ach, verdammt. Also, den reparieren brauchen wir nicht. Ach, können wir alles verkaufen. Die kommt weg. Die können wir auch theoretisch wegmachen, aber die machen wir weg. Das Geld habe ich, glaube ich, schon. Ach, okay. Ja, dann machen wir hier mal Markierung. F. Krass. Ja, das haben wir nicht gemacht. Aber egal. Egal, ich würde jetzt, glaube ich, wirklich erst mal zu Jen. Wo haben wir denn Jen? Ah, Jen. Ah, dann können wir einfach mal ein bisschen was loswerden. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die Gebäude so heftig sind. Also, jetzt das letzte besonders. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch. Schlechte Federung. Hey, jetzt bin ich zu Jen. Irgendwie habe ich mich hier an den Baumen. Ich dachte gerade, das ist das tote Land, aber nee. Ja, hier könnte man auch noch durchlatschen. Wäre auch noch nicht richtig gemacht. Könnte eigentlich auch bei Jen eine Kiste hinstellen. Und einfach noch ein paar Sachen, Lutzeug und so reinbunkert. Was ich unbedingt braucht. Oh, ein Bärchen. Das machen wir jetzt auch nicht unbedingt. Na, sind wir nämlich schon da. Ah, natürlich mal wieder mit Schraubschluss hinein. Ist hier eigentlich Mut zurück? Ne. So, hi. Ja. So, den verkaufen wir jetzt, weil... ...habe ich schon zu viel. So, jetzt bin ich hier reingegangen mit... ...Sachen, die ich gar nicht... ...ein paar können wir... ...Kopfhund... ...Lederstiefel... ...meine wären... ...echte Rüstung. Ah, ne, der hat höhere Geräusche. Äh, kaufen. Mit einem Reparatur-Kit. Hm, mal gucken, ob sich das lohnt. So, die kann auf jeden Fall... Ach, verdammt. Eisenrohr habe ich auch nicht mehr. Na gut, verkaufen wir dies so. Den verkaufen wir. Den verkaufen wir. Die verkaufen wir nicht. Die verkaufen wir auch nicht. Und das war ja mit dem Nahkampf... Naja, verkaufen. So. Müsst ihr nochmal gucken, im Motorrad, was da noch ist. Was hat sie denn überhaupt alles? Eier. Die hat Eier. Hm. Gefecht in der Stadt. Was war denn das nun mal? Zigarren. Lerne, wie du Zigarren fertigst. Helmlicht. Großvater. Spielautomat. Verwahren in Automaten mit Dukes Jetons. Mhmm. Kaufe Waren. Ach so. Aber da kann ich wahrscheinlich auch nicht alles reinmachen, sondern auch nur die... Naja, obwohl das ist ja Kontraproduktiv, wenn ich da die Bombenungs reinmache. Aber kann ich den überall aufstellen? Das wäre ja auch noch interessant. Roboticammer 2. Roboticammer 2. Der bringt mich nicht weiter. Stufe 1. Nee, 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 nee. Stufe 2. Bei Wartemann meiner hat. Eigentlich lohnt sich das auch noch, einen zu kaufen. Ah ja, irgendwann. Ich bräuchte eher eine vernünftige Waffe. War ja. 1200. Ah, der Aether, das. Nee. Tatfalle. Ich komme vielleicht noch mal rein. Ha, ich habe es geschafft. So, was können wir denn verkaufen? Was war denn mit dem? So, dann repariere ich nämlich die beiden. Dann haben wir hier die Militärrüstungsteile. Ja, und da habe ich auch nicht geskillt. Egal, die lasse ich mal hier. So, der kann nämlich auch noch verkauft werden. Dann haben wir hier noch einen. So, die Reifen nehme ich mal mit. Dann haben wir hier noch einen Eisenhelm. Und dann haben wir die Lederstiefel. Das muss ich gleich noch mal mit meinen vergleichen. So, das Zeug kann auch verkauft werden. Die lassen wir und die verkaufen wir auch. Also, Geld kann auch weg. Nee, Set. Bringt halt zu wenig, sonst will ich das auch verkaufen. Ah, super. Davon haben wir auch schon so viele. Aber ich behalte sie mal vorsichtshalber. Gut, kaufen. Keine Ahnung. Ja, der kann auch weg. Ähm, okay, dann... Nur noch mal rein. Achso, nee, warte. Ich muss ja erst mal reparieren. Also... Das waren die Fünfer. Wollen wir noch mal schauen. Ausdauer ein bisschen weniger. Beweglichkeit ein bisschen weniger. Maximale Haltbarkeit. Okay. Mehr Rüstung. Ja, dann nehme ich die. So. Und wir hatten die Beinschwinge. Die sollten auch noch geändert werden. So. Mal dann. Das hat die Beinschwingen. Genau. Verändern. Eins, zwei, drei. So. Und... Den verändern. Eins, zwei, drei. Abschließen. Tragen. So. Und dann haben wir... Verändern. Den. Den. Und den. Abschließen. Und... Ändern. Äh... Verändern. Den. Das geht sogar. Das geht sogar. Abschließen. Und dann... Und dann... Und dann... Ah, Mist. Warum sind denn Beinschienen keine Rüstung? Verstehe ich nicht. Das müsste doch hier für die Rüstung sein. Verbindungsmod für... Rüstung. Aber du kannst es hier nicht reinmachen. So. Ne. Ich würde gerade sagen, doch, aber ne. Also nein. Und hier passt ja nichts mehr rein. Ne. Boah, wie ärgerlich. Ändern. Ah, das hätte mich jetzt auch gewundert. Kampffanzug. Naja, hier haben wir nur die Einzertasche. Ähm... Okay, dann reparieren wir jetzt erstmal. Also. Reparieren. Reparieren. Eigentlich könnte man die Sachen dann vielleicht doch noch aufheben. Was habe ich denn hier noch drin? Verändern. Abschließen. Hä? Geh mal auf nochmal. Tragen. Ne, dann lasse ich die. Dann verkaufe mal die Sachen, wenn ich Mods gefunden habe. Okay, aber die Teile können jetzt hier noch. Verkauft werden. Mhm. Ah, das freut mich, dass du alles hast. Achso, warte mal, die habe ich auch nicht repariert. Verkaufen. 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 So, und der brachte... Ist auch nicht so viel. Ach, die ist immer so freundlich. Na ja. 50 mehr. Gucken mal. Kaufen. So, und die Sachen... Packen wir einfach erstmal in die Truhe rein. Okay. Nitratpulver. Meine Stimme. Nitratpulver. Wir haben aber wirklich hier... Nichts Besonderes. Ne? Mhm, das war ein richtig guter Deal. Willst du ruhig mal deine Regale wieder auffüllen? Ich hätte gerne... ein bisschen was. Und eigentlich würde ich auch gerne mal an deine Tresore ran. Warte mal. Mal kurz gucken. Oh, der ist voll. Ja gut, dann gehen wir erstmal rausräumen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Rumpel, rumpel, rumpel. Wasch dir hier doch schon wieder einige auf der Straße? So, am nächsten Tag ist Händler Reset. Ich wünsche mir ja wirklich mal eine schöne Waffe. So, am nächsten Tag ist Händler Reset. So, erstmal, ja, erstmal... Mal legen. Ach doch. Die und... Nein! Die guten Heizkörper wegschmeißen. So, Eisen. Ja, Eisen ist grün. So, und hier haben wir ja auch schon ein paar Sachen zum Verkaufen. Eigentlich noch. Und keine Mods. Hm. Sollte ich die jetzt erstmal ohne Mods verkaufen? Kann ja nicht alles aufheben hier. So. Cool, noch ein Motor. Doch, doch. So, dann... Aber was ist denn mit mir heute los, mit der Maus? Flutscht mir hier alles aus der Hand. So, die und die. Ja, irgendwas stimmt mit der Maus nicht. 900 Geschossspitze. Das ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Auch wenn es nicht so doll ist. Wie uns ja die letzte Horde Nacht... ...verratnet, aber... Die kann eigentlich aufgekauft werden. Hatta Kerl. Sonnenbrille. Pfff. 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 Achso, warte mal, Autoreifen. Ach, wir haben schon genug. Naja, hätte ich gar keinen mitnehmen müssen. Na, egal. Hat ja geklappt. So, das kann verbrannt werden. Termin-Tabletten. Such. 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 Eigentlich brauche ich die Dietriche gar nicht. Also wenn ich mir überlege, wie schnell man das auch aufhauen kann. Das ist, glaube ich, Quatsch, Dietriche mitzunehmen. Ja gut, bei den Kisten, bei den Zehntausern, das ist schon eine Menge. Alle Messing hier sieht auch schon sehr gut aus. Na komm, mach schon. Sehr gut, schön. Ja. Ja, gut, klasse. Na gut, Wasser haben wir tatsächlich noch. Also, Krüge. 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 Oh. Die Dinger sind ein bisschen kaputt gegangen in der Horde Nacht. Oh, die auch. Hm, was hab ich denn hier? Ah, der kann auch noch verkauft werden. Ja, ist gerade, du bekommst gleich. Mach gleich Päuschen. Ja, Pilze brauchen wir. Aber wir haben nochmal Kartoffelsalat. Äh, Salat vor allem. Kartoffelsalat, hm. Ja, wie schön. Aber alle Pilze können nicht weg sein. Ich stehe nicht, wo die restlichen sind. Aber eigentlich immer wieder welche aufgeben. Hm. Na, Hausmann sind auch keine. Achso, warte mal. Jetzt wollte ich doch mal schnell. Puh, gucken. Die Frage, ob ich das überhaupt... Naja, hat dich aufgewertet. Alles klar. Ja. Alles klar. Ach, dafür brauch ich Leben. Und dann kannst du ja auch wieder reparieren. Das ist ja interessant. Äh, und hierfür brauch ich was? Ach, Eisen? Wieso? Nein! Hm. Okay, das war eine Fehlinformation. Ah. Mist. Ja, ich weiß nicht, warum. Äh, Pinsel. So. So. Schnell in Ordnung rein, ja. So. Hm. Muss ja schon einheitlich sein. Ach, guck an. Ach, guck an. So. So, es muss ja nicht so durcheinander aussehen. Nee, du kommst da nicht hin. Aber du und du. Ja, und du kommst eigentlich auch nicht da hin. Sondern an diese Tour. So, hier haben wir sogar noch mehr Dietrich. Hier sind es ja alle, die ich mitnehmen wollte. Oh Mann. Hey. Ich geh mal gut hin. So. Wasser kann weg. Es. A Thorin風chdd. So, wie viel können wir denn noch machen? 2.000. Boah, 10.000 Messing, Wahnsinn. Also das hat sich echt gelohnt, es mitzunehmen. Ja gut, mach mal 500. So, warte mal, wie viele Minuten? 20 und da haben wir 11. So, dann kann man. Verband, glaube ich, auch noch hier rein. Ja, geht auch nur bis 5. So, schön leer alles wieder. Ja, und mit dem Gewehr stimmt, bevor ich es vergesse. Wo habe ich denn diesen Mod drauf gehabt, selbstgebautes? Hier. Verändern. So, und verändern. Ach Gott, nehme ich doch mal den. So, abschließen. So, und bei der Horde-Nacht kann ich es ja dann wieder umändern. Ich hoffe, ich denke dann auch dran. Aber das sollte doch besser funktionieren jetzt. So. Gut. Essen. Naja, Pilze. Ich weiß nicht mehr, ach, jetzt weiß ich auch, warum die weg sind. Ja, ist gar nicht. Es geht gleich los. Ähm. Naja, die waren hier an der Hauswand. Naja, muss ich nochmal welche kaufen. Ist nicht so schlimm. So, und dann würde ich mal kurz Päuschen machen. Katze füttern. Und dann... So, wieder da. Und danke schön fürs Warten. Ähm. Ähm. So. Nee, Freunde einladen wollen wir nicht. Habe keine Freunde. Ähm. Genau. Okay, ausgeräumt ist alles. Ja, Batman, einen wunderschönen guten Abend. Na du, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Und was macht dein Zoo? Ah, verdammt, jetzt habe ich doch Löcher noch drin. Alles gut bei dir, das freut mich. Ja, bei mir auch. Ist schön warm, die Sonne scheint. Es ist Wochenende. Und ja. Nein, der dritte Berg schon. Oh, krass. Also ich muss sagen, der erste war schon heftig. Das ist ja doch eine ganz schöne Fummelarbeit. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, den Zoo irgendwie mal zu starten. Ja, einfach... Keine Zeit. Den und den noch. Und die beiden. Man kann sie kreativ auslachen. Ja. Und sowas finde ich auch total schön. Ah, es sieht auch gut aus, was du da baust. Also ich hatte jetzt nicht die letzten. Ich weiß gar nicht. Du streamst ja auch jeden Tag eigentlich, ne? Aber das letzte Mal hatte ich reingeguckt, ähm... wo Tamagotchi so geschwärmt hat von dem Berg. Und Jackie. Ja, die muss ich mir mal angucken. Ja, es ist schon fummelig. Aber es stimmt, man kann sehr kreativ sein dabei. Die beiden noch. Ich glaube, hier war noch ein Turm. Ach ja, das ist aber dann groß, wenn das jetzt hier alles die Westernstadt ist. Ja, geht's auf Elf. Ja. Bär ist letztes Mal so klick. Mann, ich hab's so wenig von der Karte gesehen. Und, äh... Deswegen, heute wägt Tim, Toni, wir gehen hier einfach ein bisschen rum. Jetzt hab ich hier schon das ganze Gebiet hier. Die Sachen alle abgesucht. Also gelootet und so. Soll ich aber auch noch... ...die Gebäude rein? Das vielleicht auch. Hier ist das Meer. Mh... Ja, und das will ich hier auch heute noch mal. Also vielleicht, ne, ein bisschen noch so. Genau. Ja, weil du kriegst halt sonst gar nicht viel mit von dem Spiel. Also, das ist so fantastisch mit den ganzen Häusern, die du looten kannst. Und, ähm, Gegenden, die du angucken kannst. Aber wenn du die ganze Zeit beschäftigt bist mit Aufbau. Und das ist ja für mich das erste Mal, das Spiel. Das hat ewig gedauert, bis ich da überhaupt reingekommen bin. Und, ähm, bis ich dann einigermaßen die Sachen verstanden habe. Naja, und dann dachte ich mir so, ein, mein Turm, der hält jetzt für die Ewigkeit, ne? Also, mh, mh, was soll ich sagen? Er hat ja auch gehalten eigentlich, aber... Mh, mh... Also, das Drumherum ist so ein bisschen weg. Tut und Asche und so. Ja, so ist das. Ja, und hier drüben ist ja mein Turm. Hier habe ich Schutzmauern und die ganzen Fallen sind weg. Und, äh, die konnten dann auf den Turm da oben welche aber noch abbauen. Ich habe ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht. Und, ähm, ich weiß leider noch nicht, wie ich das jetzt richtig optimieren will. Weil die Anzahl der Gegner war jetzt nicht so dramatisch, aber... Diese Polizisten, die dann so Säure spucken, die machen ja halt Elektrik und alles kaputt. Ähm... Und da brauche ich irgendwie einen Schutz. Aber ich... ...habe noch keine Lösung. Genau, wie sieht das aus? Die habe ich da... Ja. ...habe noch nicht so dramatisch. Und, ähm, die sind so dramatisch. Und, ähm, die sind so dramatisch. Und, ähm, die sind so dramatisch. Verlängern. Ähm, du kannst es dir aussuchen. Ich glaube, du kannst es sogar verkürzen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine aber ja. Ähm... Genau, und voreingestellt ist alle sieben Tage. Naja, und die ersten Horden... Naja... Wenn du neu in das Spiel kommst, äh, alleine dieses ganze Bedienermenü. Also... Das hier, ähm... dann Rüstung und dies und jenes. Dann hast du noch die ganzen Werkbänke, die du brauchst. Also das ist so umfangreich halt. Und diese Horden werden halt auch immer stärker, je höher dein Game-Level steigt. Genau, da macht der Name das viel Sinn, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Und ich hatte ein Irren gesehen auf YouTube. Der hat jeden Tag Hordenacht gemacht und dann auch nur zehn Minuten war der Tag lang. Also, der ist ein Spiel, dann hast du ja schon drei Stunden das Tutorial. Ähm. Und also zehn echte Minuten, also echt also Real-Time. Ich glaube, das ist eine Stunde oder so in dem Spiel. Naja, und dann kamen die abends dann immer schon nachts. Und wie gesagt, die steigern sich dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Du hast dann irgendwann fast keine Chance mehr. Also wenn du halt nicht gut abgesichert bist, ne? Aber ich habe jetzt noch von niemandem gehört, der das Spiel irgendwie über, ähm, 200 Tage oder so gespielt hat. Ich glaube, das ist dann zu viel. was die Gegner angeht. So, habe ich Essen und Trinken. Essen sollte ich mal mitnehmen. Aber es macht wirklich mega viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob du das auch spielst. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, kann ich dir echt nur empfehlen, weil das ist so... Oh, ist einfach nur schön. Hört sich blöd an, aber... Ja. Hätte ich für mich jetzt auch selber gar nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde. Ja, das ist hier mein Turm. Äh, und das ist hier eigentlich mein Baumhaus gewesen. Den Baum haben sie mir beim letzten Mal abgebaut. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich falle, aber nee, ich bin dann erst später zusammengesackt. Ja, und die kommen dann und, äh, schlagen auf alles, was geht. Und wie gesagt, ja, ist alles kaputt gegangen. Ja, so ist das halt passiert. Warte, meinst du mich am überlegen? Doch, den hatte ich ja aufgebaut. Äh, die nächste wäre Tag 70. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich das bis dahin schaffe. Ich hoffe. Also, ich habe sie noch nicht ausgestellt. Ich war erst so frustriert und dachte mir, ja, ich stelle sie aus. Also, du kannst sie auch ausstellen halt, ne? Oder, ähm, verlängern. Dass du dann halt Tag, weiß ich nicht, alle 10 Tage oder alle 2 Wochen oder so. Äh, das wollte ich aber nicht. Ich wollte das Spiel... Ich wollte mich halt einfach durchkämpfen, so. Und bislang klappt es eigentlich auch ganz gut. Nur beim letzten Mal war ich sehr frustriert, aber das habe ich ja schon erwähnt. So dezent. Äh, nee, da kommt. Äh, kam da jetzt oben auch? Doch, da kam auch ein Gitter ran. Ja, also, gut, heute schaffe ich die Horde Nacht, äh, auf jeden Fall nicht. Ähm, naja, wenn, dann eher nächste Woche über Pfingsten. Da habe ich auch ein bisschen, wieder ein bisschen Zeit zu streamen. So, und hier standen meine Strompfosten, die sind halt auch alle irgendwie... Na ja, alle ein bisschen kaputt. Ja, und solltest du das selber mal spielen, also, es ist schon echt interessant, wenn du da so in die Welt kommst und dann halt das Tutorial, da lernst du halt auch, wie du die Sachen handhabst und so. Ähm, meine erste Horde Nacht war ganz lustig, da bin ich auf irgendein Dach gestiegen. Das Größte, was es gab, das war total bescheuert. Und, ähm, na ja, dann sind die dann in Scharen gekommen. Also, in Anführungsstrichen in Scharen. Für mich in Scharen, weil ich noch keine richtigen Waffen hatte und so, nur ein Holzknüppel. Ähm, oder ich hatte, hatte ich da schon den Stahlhammer? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, auf jeden Fall keine Pistole oder so richtig Munition. Naja, und so lernt man. und so lernt man. Hä? Hä, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Kann ja nur ich gewesen sein. Hm, keine Ahnung, wo mich die da hingebaut habe. Nein, das wollte ich doch nicht auf Beton. Ich hab'n nervösen Finger. Ja, ich hab'n nervösen Finger. da Geier abgehalten werden, weil da kommen dann irgendwie auch, ähm, so, Geier, die dann auch irgendwann spucken. und da werde ich dann auch noch mal hier gleich Klappen drunter setzen. Ich hab'n nervösen, 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 So, die kann auf jeden Fall. So, die kann auf jeden Fall. So, hier muss ich leider einiges abhauen. So, dann kann ich mich nämlich auch beim nächsten Mal hier so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. So, dann kann ich mich auch beim nächsten Mal hier so ein bisschen abhauen. Holzklappe. Oh. 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 Das war's für heute. Schau aus, Carly. Ne, ne, da bleiben. Ja, wenn ich das mal wieder wüsste, warte mal. Muss ja quer sein. Mach mal so. Nein! Falsch rum. Ach, verdammt. Oh, Mist. Wird es nie lernen. Oh, schön. Kommt ruhig alle her. Ich mach hier grad Radau. Oh, jetzt ist die so. Das wird jetzt so sein. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr. Ach, guten Morgen. Ja. Warte mal, welche. Ne? Türe ist schön mit dem Fenster, aber... Ist ein bisschen unpraktisch. Bitte lass es jetzt richtig sein. Oh, woran seh ich das denn? So, das ist es nicht. Oh, das kann's ja auch dann wieder nicht. Das müsste es sein. Das hatte ich vorhin auch versucht. Ja. Aber... Warum krieg ich das denn immer? Also nehm ich das Erste? Funktioniert's auch nicht. Boah, ich bin schon jetzt dämlich. Boah, ich bin nicht nicht. Ich bin nur noch auf. Ja, ist das ärgerlich. Warum kann ich den hier nicht unten ransetzen? Dann würde die Klappe nach außen aufgehen, das auch nicht. Ja, so würde sie nach oben aufgehen. Das muss doch machbar sein. Dann geht sie nach außen auf. Dann müsst ihr es doch mal hinkriegen. Oh, der war ja blöd. Ja, aber jetzt komme ich hier nicht raus. Das heißt, die muss von... Ey, ich hole gleich, das gibt es doch gar nicht. Na gut, dass ich das alles wieder bekomme. Ah, ne, ey. Ne, eine kann ich noch machen. Ey, ich kann noch mehrere machen, aber... Ich hol da nur irgendwann auf, dann wird es peinlich. Ach so. Ja. 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 Na, wenn ich das jetzt so mache? Nee, das ist ja auch Quatsch. Dann guckt das Teil nach draußen. So, und jetzt sehe ich den Griff nicht. Eigentlich müsste der innen sein, der Griff. Und da hinten nutzt er mir nichts. Aber wie habe ich das denn gemacht? Das gibt es doch gar nicht. Oder war das von vorne? Nee, eigentlich. Ja, ich habe es. Juhu. Mein Gott. Okay, so, dann machen wir mal. Ach nee, ich brauche dafür das kleine Eisen. Ja, leider habe ich ja mal wieder eine Kiste verloren. Ähm, die muss auch anders abgesichert werden. Ich brauche hier hinten einen Zettel. Moment. Ich will mal aufschreiben. Also. Also, wir brauchen eine Eisenklappe. Klappen. Elektrozäune. Elektrozäune. Vier Stück. So, und dann wollte ich das eigentlich mit den Klappen für oben ausprobieren. Weil einmal könnten nämlich hier Klappen hin, habe ich mir überlegt. Ähm. Das müsste noch die Spucke eigentlich, also die müssten noch die Teile treffen dann. Und man kann immer noch rausgucken. Ich glaube, das ist nur eine Option hier. Die ganze Reihe hier mit, äh, solchen Sachen voll ist. Und dann einfach Eisenklappen aufwerten. So, und den Generator kann ich jetzt nicht abbauen. Treppe. Na, warte ich mal noch, bis ich das richtig mache. Hm. Na, weiter abbauen. Na, weiter abbauen. So, und das Teil. Da sollte eigentlich auch eine Klappe hin. Ich frage mich auch gerade, ob man nicht hier vielleicht auch noch ein Laufstück hinmacht. Da so rüber. Hm. Braucht man vielleicht noch einen Generator. Aber wer noch eine Lösung? Könnte man die nämlich gleich hier erwischen, wenn die kommen. Ja, ich glaube, das mache ich auch so. Jochen. Oh nein! Musik So, können wir das wieder reparieren. Und hier könnten ja dann die Teile, dickere Teile dran, so wie die da vorne jetzt, die ich da ran gemacht habe. Aber das ist, glaube ich, eine gute Idee, hier auch einen Laufsteg drüber zu machen. Und dann das mit den Klappen machen. Fortgeschritten. Hm, kann wieder nicht den Griff sehen. Doch, der ist jetzt... ...richtig. Ja, der ist doch gar nicht mal so übel. Weil meistens treffen die ja hier oben an der Reihe. Ja, dann mache ich ja alles voller Dinger. Der Seite ist erstmal egal. Können wir dann nachträglich noch machen? Weil hier kommen sie nicht so häufig. Ach, die Seite auf jeden Fall. Machen wir nochmal. Nee, das wuchs auch nicht. Oh, komm schon. Das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht richtig. Ja, ist jetzt das Teil. Boah, ich sehe es halt auch immer nicht. Nee, nee, es ist nicht richtig. Sieht nicht so aus. Es geht so andersrum, glaube ich. Nee, auch nicht. So, kann man das nicht auch kopieren? Aha. Kann man. Wer sieht? Ach doch. Ach so, dann kann ich das aber nicht in die Ecke machen. Wobei das hier, glaube ich, egal ist, weil... Hier wird der eh zugemacht. Okay, warte mal. Was ist das? Ja, der ist noch automatische Kanonen. Also, wir haben ja den Geschützturm. Aber jetzt hier so richtig fette Kanonen. Kannst du so einen Zombie auch einsperren? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der dann bleibt. Gute Frage. Weil die schlagen sich ja doch dann immer durch. Also, da müsstest du, glaube ich, immer wieder die Käfige reparieren. So als Hausgast, ne? Ja, ist ja witzig. Leider schlagen die halt. Deswegen ist ja alles kaputt. Aber... Ja, ich weiß nicht. Wenn du immer wieder reparierst, müsste das funktionieren. Weil sie wegsporen tun, glaube ich, nicht. Doch, wenn du zu weit entfernt bist, das heißt, du müsstest dann da bleiben. Oh, einer Hundekäfig draußen. Oh, er hätte schon was. Aber die sind schon ganz schön laut. So, das ist ein Eckstück. Hm. Das heißt, das kann ich nicht wegmachen, das Eckstück. Hier würde ich, glaube ich, auch gar nicht machen. Ne, wenn wir hier einen Laufstück machen noch. Muss nur unten erst befestigen. So, dann kann man hier raus. Muss jetzt unten noch ab. Das hier ist Ecke. Könnte ich da nicht beide zumachen. Das funktioniert nicht. Hier könnte ich einen rausnehmen. Aber das ist auch wieder Ecke. Aber hier einen rauszunehmen, ist Quatsch. Also lassen wir das so. Ich hätte natürlich auch die Ecke drin lassen können. Aber hier spucken sie ja halt auch gegen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier alles aufmache? Stehen. Ist noch nicht optimal. Ja, jetzt müsste eine Horde vorbeikommen. Dann könntest du ihn mal sehen. Aber. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Hm. So, also die lasse ich auf jeden Fall. Unten müssten wir aufwerten. Ein Generator wird es nicht ausreichen. Das heißt, ich müsste eine Verlängerung bauen. Ne, es wird trotzdem nicht ausreichen. Das heißt, hier müsste irgendwo noch ein Generator hin. Oder fallen. Kann man auch fallen nehmen erst mal. Okay, dann wollte ich mal. Ja, wir müssten eigentlich. Krass, wie die hier gewütet haben, die Fälde. So, die Frage ist, ob man hier vielleicht auch die Fallen so unten drunter machen könnte. Ich muss das auch mal ausprobieren. Man kann. Man kann. Man kann. Äh, nein. Verdammt, ich habe mich verklickt. Ja, dann würde ich hier noch welche bauen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, verdammt. Gut, der ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber egal. Das heißt, Geier. Hätte ich vielleicht andersrum machen sollen, egal. Ja, hätte ich andersrum machen sollen. Also, die Reihe auf jeden Fall. Dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, hier durchzuschießen. Und hier vorne passt, glaube ich, auch noch was hin. Das heißt, ich stehe hier. Ja, meistens stehe ich ja nicht ganz nah dran. Aber vielleicht eine Reihe noch. Also, ich bin auf jeden Fall. Äh, ich bin auf jeden Fall. Ja, ich bin auf jeden Fall. So, jetzt bin ich etwas kannst. Was mache ich denn da? Warum haust du denn? War doch nicht mein Turm hier. Voll aggro, die Alte. Ja, dann ist doch auf jeden Fall ein bisschen Geierschutz. Nein, du solltest doch die Stellung kopieren. Ich glaube, das reicht. Gut, hier werden auch noch welche kommen, aber... Ich glaube, es ist nicht so dramatisch. Wenn man die aufwertet auf Eisenklappen. Wie habe ich denn jetzt? Viele. Dann können wir die Vögel immer noch abschießen. So, Beton. Die Truhe müsste eigentlich weg. Eigentlich müsste ich mal... Na ja, sieht natürlich alles richtig hübsch-hässlich aus. Nein. 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 ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Nee, konntest du erst mal ein Zoom. Okay, da kommen welche. Das muss so eine Horde sein. Oder nur eine. Manchmal machen die auch echt Lärm. Oh nein, ist das eine Horde. Huch, hau mich hin. Hey, ich hab dir nichts getan. Oh, ich sollte mal schießen. Ich hab mein Tumor, ich bin mir sicher. Ach, Brian. Ich weiß nicht. Ups. Boi. Oh, der Hammer ist so cool. Die Köpfe, wie die manchmal wegfliegen. Ja, das sind sie. Das ist gut, hun. Huch, fahre ich hier selber ins Loch. Gut, hun ist sehr gechillt. Ja, das passiert halt auch, dass manchmal so Horden kommen. Guck mal, sieht sie nicht nett aus. Wie sie hier so festhält. Macht sich bestimmt auch gut beim S-Bahn-Surfen. Aber eigentlich hätte ich die jetzt gelassen, weil mein Hammer hier. Bruno ist bestimmt... Ja, ne? Sie sieht doch irgendwie auch freundlich aus. Ja, und dann sind sie halt ganz schnell weggespawnt. Ja, und normalerweise macht er hier die ganze Arbeit oder viel Arbeit. Aber ich habe ja hier noch nicht repariert. Das war ein bisschen doof. Zu sagen, ach, na ja, das lasse ich mal so. Ja, und dann hast du auch manchmal so eine Horden von Hunden. Von Zombiehunden. Von Wölfen. Oder halt gemischt einfach. Also, das ist schon sehr abwechslungsreich. Ja, ganz nach oben. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich dann hier durchkomme. Aber ich hoffe. Ne, nicht aufheben. Ja, und das Piepen... Ja, ist der Händler, der da drüben ist. Da muss ich auch unbedingt hin. Weil die Händler haben heute neue Ware. Und ich will gucken, ob ich mal eine gute Waffe bekomme. Ich habe irgendwie nur... Moke-Zeug. Aber dieses blaue Ding, was du da in meiner Leiste siehst, diesen Schockstab, den mag ich total gerne. Und daneben den 6er-Hammer. So, meine Lieblingswaffen. Willst du mich ver... Äppeln? Ich habe doch extra den hier gemacht. Oh, nein. Na, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Wenn jetzt der Nachbarstings aufgeht, dann heulich. Naja, nicht wirklich. Ja. So. Okay, ich kann sogar durchlaufen. So, dann würde ich, glaube ich, hier auch noch mal verlängern. So, und dann... ...brauche ich einen Spuckschutz. Aber was nimmt man da? Und die Netzverbreitung. Hm. Ah, die Würfel muss ich auch noch mal alle hochbauen. Abgebaut. So, das wäre noch mal ein Laufsteg. Ah, die Frage... Ah, die Frage... Nur Platte. Hm, ein Plattenbau. Weiter. Länder doppelt. Hm. Es ist nicht das, was ich suche. Boah, das ist echt schwierig. Was denn? Gebogen. Nur Platte. Himmel. Gern. 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 Das war der Kiel. Also ich basse jetzt erstmal noch ein bisschen rum. Oh. So, und eine Reihe, oder? Nee, eigentlich, eigentlich reicht auch ein Einer. So, jetzt bräuchte ich aber hier irgendeine Ecke. Achso, nee, Mist, ich muss das doppelt machen. Jetzt kriege ich da die zwei Mauern nicht hin. Mal aufteilen, oder so. Na ja, und dann kriege ich es hier nicht zu. Hm. Hm. Ach, hier geht es aber. Okay, da muss ich die äußere... Die müssen, glaube ich, nach außen gebaut werden. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Aber warum... Aber das ist ja natürlich cool. Und dann eventuell... Klappen drauf. So, und dann müssten noch die Spucker eigentlich ganz gut hier schon mal wegkommen. Nun ist aber die Frage... Wenn ich die Mauer so weit hoch mache, nutzt mir das eigentlich gar nichts, weil ich ja nicht so gut schießen kann. Das bringt mich nicht weiter. Also hier schon, aber nicht an der Seite. Hm. Blöd. Aber so hat es überhaupt keinen Sinn. Ich bin dann zwar sicher, aber... Ah ja, deswegen funktioniert es jetzt draußen. Na gut, egal. Machen wir mal. Okay. Leber. Hier kommen die Geländer. ... Genau. Huh? Ach nos? ... ... Ah, das würde dann auch passen. Hier nicht, der müsste noch nach außen. Und komm schon. Versuchen wir es mal mit dem Eckgelände. Ah so, ja, guten Morgen. Oh, da komm ich ja leider nicht dran. Jetzt haben wir hier nur umarbeiterei. Oh, kann ich den wegnehmen? Nein, kann ich nicht. Schon fast gedacht. Egal, wir wollen es erstmal ausprobieren. Lass ich das mal hier stehen? Ja. So, gut, einer muss noch hier hin. Das ist immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Allerdings könnte man jetzt unter diese Teile Klingenpfeilen setzen. Aber die wollte ich eigentlich noch nicht einsetzen. Das ist immer noch nicht so. Tja, das noch nach oben. Ich lass mal alles hier, wir können es ja abends weiter bauen. Also warte mal, Geld, doch ist alles da. Ja. Ja, weil dann würde ich lieber nochmal die Hände abfahren. Sacken nach oben. So. Tag 67. Boah, gar nicht mehr springen, hier ist ja alles kaputt gegangen. Okay, das hat schon mal geklappt. Cheese Pulver bräuchten wir auf jeden Fall. Ich bin hungrig. So. Dann haben wir noch ein bisschen Tee mit. Oh. Viel Mut sehen. Und. Oh, bisschen Essen mitnehmen. Ja, und ich denke mal, da nehme ich noch den Kürbiskuchen mit und davon nehmen wir auch nur einen mit. Oh, die Trecher. Könnte man auch verkaufen. Hm. Gut, 9000 ist jetzt nicht die Welt. Achso, warte mal. Wir haben doch noch was zu verkaufen. Weil der kann auf jeden Fall noch weg. Gucke ich aber mal, ob wir irgendwie noch einen Mod haben. Ziemte Klinge. Schießen. 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 Äh, wow. Der sieht einfach nicht schlecht aus. Ne. Der sieht ja witzig. Komm, den probieren wir selber mal aus. Okay, aber es können weg die Teile. Das ist der Reinigungsmutt. Guck mal, ob wir das da noch reinkriegen. Ja, kriegen wir Ballonmützenmutt. Was ist denn, wenn ich den Sechser verkaufe? Verändern. Der ist jetzt 460 wert. Oh, wieder. Wow. Der ist jetzt schon über 1000 wert. Ändern. 1500 Gras. Okay, was haben wir noch? Noch eine Ballonmütze. Und die Farbe braun. Aber ich wollte Farbe erst mal nicht in die Dinger reinmachen. Okay, da könnte noch was rein. Ich muss erst mal einen Mots finden. Okay, wir gehen erst mal. Hier habe ich alles weg. Der Käsekufer. Nein, davon kann ich nämlich auch welche verkaufen. Öl behalten wir mal vorsichtshalber noch. Taschenlampe. S-Becher. Eigentlich können die auch weg. Oh, ich nehme ab nur einen. So, was haben wir hier noch? Jägermott. Nee, die behalte ich. Okay, cool. Können wir mal erst zu Bob. Nur Bob, erzähl mal. Darf ich dein Inventar sehen? Ja, ja. Batteriebank. Klimaanlage. Motor. Biff, 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 Biff. Hm, 20 Schießpulver. Mann, 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 Mann. Na, nicht doll. Schossspitzen 30. Die nehmen wir mal mit. Motorrad. Aber das haben wir ja selber. Viermal Mod. Nehmen sie Mod. Was ist denn das? Okay, den brauchen wir nicht. Leider habe ich ja sowieso nicht mehr Platz. Wiesenbolzen. Lerne deine automatischen Waffen richtig zu warten. Ich hoffe, das ist ja auch leider nur ein Einzel. Vierer Schockstab. Hm. Gibt Blitze von sich. Ja. Ja. Zwei Klingenpfeilen. Zwei Klingenpfeilen. Ich weiß gar nicht mehr. Klingenpfeilen. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. 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 Und dann haut sie ab. Wir gucken mal bei Jen. Also im Prinzip elf Stahl bei zwei Klingenpfeilen. Dann hast du 22 Stahl. Ist schon eine Menge. Aber wir können ja eigentlich Stahl selber machen. Aber man könnte die Pfeilen auch kaufen. So, den nächsten Psalm, den wir mal treffen. Wenn ich mal den Knüppel ausrufe, der sieht cool aus. Ach, du möchtest. Ja. 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 Der fühlt sich leicht an tatsächlich. Also. Der Hammer ist ja ein bisschen schwer. Ja. Logisch. Ja. 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 Oh, komm schon. Ein Baum und ich fahr dagegen? Also ein Baum und ich fahr dagegen. Oh, mach fein mich. Ja, schade, dass hier keiner mehr kommt. Also, die Keule sieht schon irgendwie witzig aus. Komm schon. Hm. Hm. Ja, ja. Oh, Schießpulver. Gehen wir gleich mal mit? Achso. Moment. Da warte ich mal noch. Patronenhülsen hat sie auch. Die nehmen wir auch mit. Ah, Nitratpulver. Kaffeenägel. Zement. Hm. Achso, das kann ich doch schon längst machen. Gerade überlegt, aber ich kann ja Pilze machen. So, vier. Warte, ehrlich. Ich brauche ja vier. Kann man auch kaufen. Ja, ich weiß, man kann die selber machen, aber... Erdmohrerstufe drei. Hm. Truck-Zubehör. Na gut, so viel Geld habe ich nicht. Das sind zwei, ja. Mann, ich hätte gerne mal vernünftige Waffen. Dann Looks mal sechs in dafür. Hm. Jetzt auch nicht so doll. Nochmal 5%, 10%, aber es lohnt sich nicht bei den Mini-Beton. Kuchen eigentlich auch nicht. So, weg ist er. Schießpulver mitnehmen, weil das wäre blöd, das nicht mitzunehmen. Tausend. Das ist irgendwie nichts besonderes. Patronenhülsen. Was man hat, das hat man. Werbte Messer. Ne. Kaufen. Hm, 12.000. Machen wir so. Was haben wir ja. In der Wüste hat man ja noch keinen Händler gefunden. Hm. So, hier kann man nicht konkret durch. Wann hier der Händler eigentlich? Hier. Ne, hier. Ja, habe ich Benzin mit? Ne. Ne. Ach, okay. 76%. Bist du da eigentlich ausreichend? Bist du da eigentlich ausreichend? Ja. Ne. Gut, allerdings. Jaja, wir fahren, glaube ich. Da mal noch hin. Mal am Auto knacken oder so. 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 Nääääh. Ist nicht wahr. So auf der Fall ist es runter ... Mal gleich mal abholen und hier würde ich mal kurz Benzin holen. Das nenne ich Timing. Das ist die Frage, wie weit er ist. Das ist die Frage, wie weit er ist. Das kann ich jetzt nicht sehen, aber egal, wir können eh ein bisschen geradeaus fahren und dann über die Straße. Oh, ein Hirsch. Ach, ich will sie irgendwie nicht. Wir hätten erstmal mal eh genug Fleisch und dann diese Majestät. Ach, da ist er ja. So, ich hoffe, es ist was Tolles drin. Wir können eine schöne Waffe wegholen. Eine richtig schöne, optisch schöne. Oh. Mal gleich ein bisschen Benzin mitnehmen. Ach, da ist er hier nicht schon mal an der Stelle. Das ist ja witzig. Na komm rüber. Ja, wo bist du denn? Oh, zwei gleich. Ja, die Hunde brüllen immer so furchtbar. Ah, ich wusste doch irgendwas vor jemandem. So, wo ist denn das jetzt da drinnen? Ah, das ist mit denen hier noch. Ah, das ist mit denen hier noch. Ja. Ja. Armenwürfel. Hm. Oh. 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 Brauche ich mal nicht mehr kann. Langsam Nein Meine Mutter hat nur kaputt. So, da muss ich jetzt wirklich rüber. Da muss ich rüber. Da gehst du erst gut rum. Da sind wir auch schon im ungastlichen Land. So, da sind wir auch schon im Moment. Oh, es ist hier aber auch düster. Hallo Future. Warte, ich lese gleich. Schönen guten Abend auf jeden Fall. Gleich mal wenden. Erst mal in Sicherheit und dann lese ich gleich. Ah, ich habe es mit E geschafft, mit Doppel-E. So. Doch noch ein Seven Days Dream. Ich hatte schon befürchtet, nichts mehr zu sehen. Doch. Ich freue mich trotzdem, dich zu sehen und lass doch weiter Mars führen. Ja, 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 ja. Mein Frust hat ja dann auch nachgelassen. Ich habe nur letztes Wochenende Auszeit gebraucht. Das ist mir manchmal dann halt einfach zu viel. Wenn du dann die ganze Woche arbeitest und jedes Wochenende streamen und aufnehmen. Das ist dann doch manchmal zu heftig. Ja, wie geht es hier denn? Achso, warte mal. Ist denn hier wieder? Ha, das habe ich doch zurückgesetzt. Neue, Antibiotika. Nehmen wir mal mit den Lehm. Wollen wir das hinsetzen? Gut. Das ist so. Oh, hey, zwei Rohre. Ja, aber natürlich speak ich mit dir. Achso, warte mal. Ich muss mal kurz in der Leckasse gucken. Ach Mensch, ja. 78 Dollar. Kann ich mich aber nicht beschweren. Ne, das will ich aber nicht haben. Das ist aber nicht so lecker. Ausrüstungspaketen. Ne. So, nochmal ran. Und nochmal das Bücherregal. Ist ja cool. Nein. Groß hat das Lern-Elixier. Oh, wie cool. Das ist auch wichtig. Sieh auch so genau nicht besonders gut. Kämpfe immer mal mit dem Magen und Rücken. Ach, geh. Oh, das ist natürlich nicht gut. Gute Besserung auf jeden Fall. Aber ja, manchmal muss man auch einfach mal was anderes machen. Ich habe auch letzte Woche gar nicht so oft Hitsch verbracht. Nichts weiter geguckt und einfach mal was anderes gemacht. Oh, mein Gott. So. Hm. Blei. 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 Ah, guck mal, er hat Pilze. Sehr gut. Eier lassen, oder? Ah, guck mal, Eier kann man immer gebrauchen. Er hat auch nichts Besonderes. Oh nein, ausgerechnet den glücklichen Sammler. Oh, den hab ich selber schon. Ist der einzige, den ich schon kann. Schrotflinkel. Ja, aber ich hab ja keine Schrotflinkel. Ich bekomme ja hier keine vernünftige Waffe. Ein Gräbermott. Hm. Ist auch so eine Sache, diese ganzen Sachen zu kaufen und dann einfach in Werkzeuge rein. Aber 550 finde ich jetzt doch ein bisschen viel. Ah, das ist ein Zweier. Jagdgewehr. Hm. Nee. Cheat. Jetzt sehen wir, was noch interessant ist. Das ist Blei. Eis und Speck. Also, ich verstehe es gar nicht. Ach, guck mal, die kann ich sogar schon machen. Doppelläufige Schrotflinte. Aber die doppelläufige finde ich jetzt auch nicht besser. Ich hätte gerne eine Pumpgun. Hm. Hm, naja. Gut, das hat sich nicht gelohnt. Spiele zur Zeit infektet. Komm, langsam in das Spiel rein, haben wir die Technologie freigeschaltet. Und ich überlebe jetzt schon sehr gut. Ah, Glückwunsch. Es ist härter geworden. Infektet. Hast du alle Technologien schon gefunden? Oder gibt es nur noch eine? Weil das letzte Update jetzt, was kam, dieses Riesen-Update? Da weiß ich gar nicht genau, ob du da auch wieder diese 14 Bücher brauchst. Nee, nee, nur so. Weil Technologien zu finden, ist ja immer ein bisschen schwierig. Achso, hatte ich noch irgendwas zu verkaufen? Na, der? Der, der kann auch weg. Na, der kann auch weg. Den können wir... Und die verkaufe ich auch. Ich habe sehr gerne bei dir geshoppt. Und habe dein Geld genommen. Also, warte mal, wir brauchen erst mal... Neue Markierung. So, und dann... Fangen wir den noch ab. So, aus hier aus dem Gebiet. Hm? Hm? Äh, wir müssen jetzt lang. Ne, ne, da fahre ich nicht durch. Wir fahren hier lang. Musst du erst mal nachzählen. Genau, 14 Stück. Äh, er muss suchen. Ja, okay. Ja, ja, die waren vorher schon immer ein bisschen schwierig zu finden. Aber ich glaube, die Dörfer sind jetzt auch ein bisschen kleiner. Oh, endlich raus hier. Ist das ein Gebiet? Ne. Bleib mal auf der Straße sicher. Ja, und am Anfang waren das, glaube ich... Hm? Zehn? Ich kann da überlegen. Waren das zehn? Zehn oder zwölf? Und dann kamen noch zwei dazu. Aber es ist schon anstrengend, die Technologie zu suchen. Aber das Bausystem ist cool, oder? Ich finde, das macht mega viel Spaß, auch die Bäume da abzuholzen. Und dann geht's peak. Musik Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Mensch, jetzt ernsthaft. Okay, komm, du kriegst was zu essen. Obwohl, satt bist du eigentlich noch. Oh, Mensch, jetzt ernsthaft Kaffeesaat? Ich hatte das Spiel erst vor 14 Tagen geholt. Ich bin gleich nach der ersten Nacht gestorben, wegen Essen und Energie. Mittlerweile komme ich da durch. Das Spiel ist ja schon ein Weilchen. Ja, ich habe das Spiel damals gleich am Anfang gekauft, als es rauskam. Schon etliche Welten angefangen. Meine letzte Welt war, ähm, da habe ich, ja, ähm, boah, cool. Da habe ich ein Dorf gebaut, weil, wie sagt das Dorf, äh, das Bausystem ist total schön. Und dann, wie sagt das Dorf, äh, das Bausystem ist total schön. Genau, wo müssen wir denn lang? Nach links. Ah ja, dann die nächste rechts. Ich dachte eigentlich, ich habe die Autos hier alle abgebaut. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. ... ... Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und so kannst du das immer verlängern, dieses Haltbarkeitsdatum sozusagen. Aber stimmt. Das war's für heute. 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 Ich weiße. Ich weiß nicht, welche Art Kettensäge. Kettensäge? Ähm. Kettensäge? Oh. Oder mit diesen... Ihre größten Bäume oder Zombies schneller als Paul Bunyan. Och. Alles gut. Future macht hier keine Kopf. Der hat eine Pumpgun, aber nur eine Zweier. Ah verdammt. Oh, sag mal. Wer macht denn da so Lärm? Ein Einzelner. Ja, Tragschrauber kann ich ja selber. Rittland-Schätze. Särge für Knochen, Schmuck und wertvolle Edelsteine. Bögen, nee. Hm. Ach Mensch, das ist ja voll die Enttäuschung heute. Der hat auch nichts. Nichts, wo ich sagen könnte, ja. Super. Die Pumpgun. Aber Zweier, das ist doch nicht doll, ne? Zuckerhintern. Was sind die denn? Wäre erstmal ja... Ne, jetzt ist ja auch noch ein Hund. Aber die dürften ja eigentlich nicht hier reinkommen. Wasserhundnis benutzen wir, ne? Eigentlich finde ich das ganz gut, dass du zu den Händlern kommen kannst. Und erst mal... Ja, ein bisschen auftanken kannst. Boah, die hätten mir das Motorrad einpacken sollen. Weil draußen ist Krieg. Ach, guck mal, ich krieg keine Verkaufung. So, verdammt. Und dann geht's dann. Da. Da. Was ist das? Ah, Mist. Ich dachte, ich könnte den... Du schreibst mit der Apple-Tastatur, ungewohnt. Ah, okay. Ja, besser als das Schrotgewehr. Hat mehr Schuss, aber ja, geht ja auch um. Ach, schade. Denn da zwei, drei... Ähm, naja, ich will auch nicht, dass das so eine Lüschenwaffe ist. Mache ich selber ja nur. Ich erinnere mich, ich hätte die andere Pumpgun von Bob kaufen sollen. Das haben wir aus Geizgründen nicht gemacht. Hast du das gesehen? Wie der gesprungen ist? Ach, guck mal. Ah, da hinten ist ein Bär. Na, ich bin ja begeistert. Ach ja, das bringt jetzt gar nichts. Verdammt. Puh. Weltbred, Knochen, Leder. Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Knochen. Die können wir wegmachen. Oh, Tierfett. Shit. Tierfett brauche ich mehr. Äh, Tierfett, Tierfett, weg damit. Ja, Knochen sind... Egal. So. So, Meister. Genau. Ich wollte nämlich jetzt mal kurz... Oh, halt dich ruhig. Ja, 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 ja. So. Das könnten wir nämlich erstmal verkaufen und das Geld. So. Und... Stahlwerkzeugteile. Die. Und die. So, wir haben ja ein bisschen Platz. Warte mal, die verkaufe ich auch. So. Wartbomben. Äh, ich glaub, die behalte ich. So, was ist da mit? Neun. Ich glaub, da mach ich den beeisen von. Ach, er ist so lieb. So ein Herzchen. Man muss ihn einfach gern haben. So. Blockchan. Ich glaub, ich hab Angriffe Minus. Na, komm, Sean. Hm. Dann. Abschließen. Abschließen. Hä? Wo ist er denn jetzt da? Blockschaden und Ausdauerkosten. Das wäre schlechter. Aber ich glaub, ist so schlimm auch nicht. Die reparieren wir. Okay. 500. Gut, da könnte auch noch so ein Mod rein. Aber ich hab nichts weiter. Das ist immer das Problem. Komm. Bitte mal. Äh. Ich sage nicht, was ich gerade denke. Ja, bitte. Das war glaube ich. Ja. Immer. Mhm, 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 mhm. So, mal sehen. Was haben wir denn hier noch? Zerlegen. Okay. Okay. Es hat sich schon gelohnt hier alles nochmal ab. Oh. Nee. Ah ja, hier oben war aber nichts weiter. No, hab ich den schon? Nee. Nee. Naja, Sand. Sand brauche ich jetzt... ...eigentlich nicht sein. Das brauche ich schon mal gar nicht. Wow. Wow. Pff. Oh mein Gott. Wir fahren eh nach Hause. Schade, dass hier immer nichts drin ist. Aber ich find's gut, dass die Händler ein Lagerfeuer haben. Oh mein Gott. 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 Tschüss, Bär. Bär fährt an den Tieren vorbei und die machen nichts. Das finde ich auch gut. Also. Bär fährt an den Tieren. Bär fährt an den Tieren. Ach nee, warte mal. Ja, ja, alles klar. Haben wir gelootet. Nee, warte mal. Komm, der Baumstamm sah eben so aus, als hätte da Honig drin. Hm, okay, er hat sich getarnt. Ja, mit den Händen ist blöd, das war irgendwie nix. Was ist bei mir draußen? Ich dachte gerade schon, was ist das für ein Geräusch? Na, ist doch bestimmt wieder der Halbe hier. Na, sag ich doch. Dann willst du den, dann willst du doch spielen. Ja, guck mal, jetzt geht's ja auch besser. Nee, Honig hat sich getan, nee, der Baumstamm. Er hat so getan, als wäre er mit Honig voll. Habt hier überhaupt noch Platz? Nee, natürlich nicht. Also ich hab keinen Platz, das heißt, hier ist jetzt Honig drin. Ja, klar, klar. Hat sie auf nichts verlassen. Ah, ja. Gut, eigentlich brauche ich keinen Bock mehr. Oh, wieder gehen. Er, ich bin's. Goldman, bin's. Jonathan, bin's. Oh, wieder gehen. Oh, ich bin's. Oh, noch mehr. Also, Fehlern findet man echt viel. Also gut, in jedem Nest müssen jetzt auch keine Eier drin sein, das ist auch ein bisschen viel. Aber wenn du mit Pfeil und Bogen schießt, findest du ja ordentlich Federn. Der ist ja schon leer. Ich muss echt sagen, die meisten da kriegst du doch, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Ich baue auch mehr Alu ernst wegen der Solarmodule, weil wir gerade die Strom versorgen. Ja, echt, mach es mir zu nah. Ich habe immer die Windräder genommen, aber ich glaube, das haben sie jetzt auch geändert. Aber jetzt ist es ja, glaube ich, so, dass du nur noch ein, also, dass du ein... Ah, du machst beides. Ah, okay. Mann, jetzt komme ich drauf. So ein Erzteil. Sag mal, wie heißt denn das Ding? Dass du da einstellen kannst, wenn du das in die Höhle machst, was du da rausbekommst. Das war ja beim letzten Update eher nervig, dass du die Höhlen absuchen musstest und gucken musstest, wo... Ja, wo was drin ist, sozusagen. Okay. Ja, wo was drin ist, sozusagen. Ja, wo was drin ist, so, wenn du das in die Höhle machst, bist du da rausbekommst. Ja, wo was drin ist, so, wenn du das in die Höhle machst, bist du da rausbekommst. So. Hat hier nicht gerade noch. Hm. Okay, aus der Leiste zieht er sich das denn nicht automatisch. Ja, du kannst jetzt alles aus der Höhle rausholen. Stein, Kupfer, Aluminium und Kobalt. Ah, okay, Kohl und Blei. Krass. Sand, Kohl und Blei. Ja, und das war ja vorher anders. Kohl und Blei. Und das war ja vorher. Kohl und Blei. Und das war ja vorher. Na, was das war ich, war ja vorher. Ah, das war schon mal. Aber es war ja vorher. Bang, Bistar, Bistar, Bistar. Und das war wirklich mal. Hammel, Bistar. Bistar, 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 Bistar. Wenn du das war ja vorher것. Krass mit dem Stahl. Hat sie echt zusammengesammelt jetzt hier nochmal sechs Stahlbarren. Guck mal, wie viele Patronenhülsen. Die wir schon gesammelt haben. Das ist richtig klasse. Und Geschossspitzen auch. Ach, mit der Hand meinst du? Ach, alles klar, wenn du so abbaust, dann bekommst du Kohle und Blei. Ja, alles klar, jetzt aber. Jetzt. Und Blei und Messing ist auch ordentlich schon drin. Oh, die Pilze, ja. Ich glaube, die werde ich mir wieder hier unten machen. Wir müssen erst sammeln. Okay, im Sinne jetzt, aufzuhängen für eins. Oh, hey, die mache ich mal rüber. Hey, wo habe ich denn die Bomben und alles? Hm, ach so, ja. Ich glaube, die sind alle weg. Den doch. Ach, das geht nicht. Ach ja, das ist ja eigentlich auch logisch. Wann bin ich? Blond. Komm, die Dumme. Oh, dann kann ich den ja so verkaufen. Sieht aber auch echt ungenlich aus. Oh, dann kann ich den ja so in den da. Ich glaube, die Dumme. Ich komme hier so über die obrigation. Ich komme hier aus. Das ist ja wirklich nicht so. Ich habe fast nur die Dinge. Ich bin mir von der Überraschung. Ich komme jetzt mit ihm an. Ich komme jetzt auf die Loser. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt. Ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt hin. So, Kartoffeln weg. Ach so, warte. Ja. Kartoffeln weg. Kartoffeln weg. Also die Pokale und die Kerzenständer, die lohnen sich total, finde ich. So, auch noch. So, auch noch. So, auch noch. So, der muss auch noch abgebaut werden dann. So, auch noch. So, auch noch. So, auch noch. So, jetzt hatte ich angefangen, drüben am Turm ein bisschen zu reparieren. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich hatte überlegt, von da nach darüber halt einen Laufsteg zu machen. Das ist aber, glaube ich, noch nicht so das Richtige, was ich haben möchte. So, auch noch mal. So, auch noch mal. So, auch noch mal. So, auch noch mal. Ah, eyes in this one, I'll summon. Ach, hier sind die Pilze. Ach man, guten Morgen. Na, ein wenigstens. Boah Gott sei Dank. Oh, da ist ein Turm wie bei Six mit so Pfosten in der Mitte, wo die Zombies drüber müssen. Und er hatte Nilka mir auch schon angeboten, mir zu helfen, aber nee, weil ich glaube, dass ich das selbst rausfinden muss, wie das für mich am besten ist. Ähm, ich glaube, wenn ich das so machen würde wie Six, dann hätte ich, äh, würde ich das immer wieder so bauen. Und so muss ich ein bisschen rumexperimentieren. Aber Nilka hat da auch schon vorhin geschrieben, ja komm, ich helfe dir dabei. Ist ja auch total lieb. Meine Entscheidung, ja. Ja, du weißt ja wie das ist, ne, dann baust du was nach und, ähm, das funktioniert. Also, ne, bei Six funktioniert das ja prima. Und ich glaube, ich würde da nichts anderes mehr ausprobieren. Ja. 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 Also, ne, ne, wir gucken erstmal drüben. Die Mauer hier war sinnlos. So, und dann kam vorhin eine Horde. Das war eigentlich auch witzig. Ich so, ach ja, der Hammer macht es schon. Hab dann aber vergessen, dass ich ja noch gar nicht richtig repariert habe. Genau, jetzt habe ich hier die reingemacht, die Klappen. Um ein bisschen geschützt zu sein vor den Spuckern. Weil gerade die Seite ist ja so extrem. Das kann ich leider nicht, weil es hier so ein Eckstück ist. Das kriege ich dann nicht wieder zu. Das wäre blöd. Aber ich glaube, dass hier, weil die Höhe kommen sie immer. Hier könnte ich auch noch einen machen. Jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich da noch eine Klappe vormache. Und dann kann ich auch rausschießen. Und, äh... Und mich rausschießen. Oh Gott, meine Stimme. Ja, ähm... Du siehst das Problem genau? Ja, gut, das ist jetzt... Mein Gott, war das blöd. So, aber... Ja, jetzt habe ich ja hier so einen kleinen Laufsteg, weil ich dachte mir, okay, dann kann ich hier auch hin. Da steht A-A. Ist ja witzig. Ähm, und die abschießen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das so gut ist mit dem Gelände. Äh, mit dem Gelände. Geländer. Oh Gott, Gelände. Ja, ich bin durch. Ähm... Und noch ein Nachteil. Hier gibt es auch keinen Spuckerschutz. Also hier dann schon, dass auch die Geräte geschützt sind. Aber leider nicht, ähm... Hier. Warte mal, ich mach mal kurz hier eins vor. Ja, und dann weiß ich nicht. Ich dachte auch, es geht da wieder hier unten. Ähm... Bin mir nicht sicher. Ja, und hier habe ich, äh, so eine Mauer, weil ich dachte mir, okay, so ein kleiner Schutz halt. Oh, den Säure-Attacken und so. Ich glaube, es macht Sinn, die Plattform doch eher mit Gitter zu machen, dass man besser gucken kann. Uhu. Und auch Gitter nur bei den Spuckern. Ähm... Also es geht mir tatsächlich hauptsächlich wirklich nur um die Spucker. Und hier meinst du auch noch? Wegen Durchschießen. Ja, ja. Genau, das, äh... Hm, was soll ich sagen? G-T-Pins. Ich weiß gar nicht, ob mir dann... Nee, fällt mir nicht alles zusammen. Uhu. Frage ist halt, ob ich das Geländer weglasse. Ach, Mensch. Ich kann doch hier alles mit Geländer machen. Äh, nicht... Ja, also Boden. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das zusammenfällt. Fällt nicht. Ja, weil das macht mehr Sinn halt einfach. Ja, ja, eben. Du musst nur... Ja, ja. Das heißt, ich würde hier... Ich kann ja eigentlich alles hier zugittern. Kostet ja nichts. So, und dann würde ich hier auch noch... So, und hier... Auch. Nur aufpassen. Wegen der Statik wieder. So, und theoretisch könnten unter dem Gitter, also hier Würfel und vielleicht Klingen fallen. Beziehungsweise keine Würfel, sondern Stäbe, die mir nicht so viel Sicht wegnehmen. Also die könnten hier theoretisch hin. Und noch theoretischer könnte hier, ähm... Na... Ein Generator eingebaut werden. Um die Ecke hier mit Strom einzuzäunen. Aber... Aber... Das bis zur nächsten Nacht zu schaffen, äh, ist... Ich sag mal, ist unrealistisch. Und ich hab die Horde noch nicht ausgestellt. Ich dachte mir, das kann ich dann immer noch machen. So. So. Die Bleche müssen weg. Da müssen ja andere Teile hin. Dann für den Elektrozaun. Und, ähm... Ja, auf der anderen Seite natürlich genauso. Auf der anderen Seite würde ich aber keinen Ausgang machen. Aber ich würde hier auch tatsächlich aufmachen. Das war blöd. Ich weiß gar nicht, ähm... Warum ich das gemacht habe. War ich hier so wieder im Aufbau beschäftigt, dass ich hier alles dicht gemacht habe. Ich habe mich noch gewundert. Ja, Mensch, es ist wie ein Gefängnis hier. Na klar. Ey, jedes Mal, sobald ich einmal irgendwas abhacke, hat sie Hunger. Aber hier würde ich kleines... ein kleines Loch lassen, also nur zwei. So, das würde hier mir völlig ausreichen, weil hier der wenigste Schaden entsteht. Und ich würde auch den Turm mit drüber stellen. So, und hier könnte ich ja vielleicht sogar... Warte mal... vielleicht auch eine Schutzmauer machen. Aber ich glaube, das ist noch am sinnvollsten. Dann hätte ich zwei... ähm... Kampfplätze. Einmal den hier, der ja immer zu kann. Hier kommt dann aber nochmal eine Klappe vor. Und hier unten auch. Hier auch. Und, ähm... Scali nicht. Ja, und dann einmal... Äh, nee, nicht da. Ja, das müssen wir auch noch reparieren. Es müsste doch irgendwie besser sein, glaube ich. Sieht nur... Sieht nur alles ein bisschen doof aus. Achso, weil... Eigentlich muss die Reihe weg hier. Und das auch noch weg. Hm. Ist ja überhaupt nicht symmetrisch. Ja, das gefällt mir nicht. So, und hier... Hier bräuchte ich eigentlich nicht verlängern. Weil... Hier das wenigste langkommt. Ja, aber das hier muss ab. Oh, ich glaube, ich habe unten Beton, wa? Nee, Steine. Oh, ich glaube, ich habe da halt. Wie geht's? Ja, ich habe da halt. Ich habe da. Oh, ich habe da. So. Naja, es würde dann besser aussehen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so mache ich das an. Nur hier ist halt ein bisschen doof. Gut, die Tolle kann man auch nochmal abbauen. Eventuell das verbreitern, aber ist halt fraglich, ob das notwendig ist. Ja, warum? Wenn ich jetzt hier stehe, ist die hier auf jeden Fall noch Mauer hin. Sie sich hier so ein bisschen durchquetschen müssen. Ja, wo fange ich jetzt an? Das fällt mir doch bestimmt alles wieder auseinander. Eigentlich sollst du doch die Stellung kopieren. Ich gehe mal lieber weg. Ich fahre doch bestimmt gleich runter. Dann nehme ich den Bohrer gerne. Macht zwar krach, aber was? Keine Ausdauer. Das stimmt, das könnte ich mal ausprobieren dann. Haben du recht? Ich vergesse den auch immer. Es ist immer gut, dass ich diese ganzen Pflastersteine habe. Ich traue dem Frieden hier nur nicht. Aber ich habe Stellung kopiert. Das heißt, es sollte jetzt auch nicht schief und grumplig werden. Und die würde ich aber, glaube ich, dann auch noch mit Schreie annahmen. Ach so, ja. Stimmt, siehst du, wo du das gerade sagst? Ich muss mal dann auch noch mit Punkten. Stimmt, wir hatten ja da schon mal eine Schreierin. Meine einzige. Stimmt, siehst du, wo du das gerade sagst, ist es nicht so, wie du das gerade sagst, ist es nicht so, wie du das gerade sagst, ist es nicht so, wie du das gerade sagst. Okay, noch. Scheint es keine Probleme zu geben. Okay. 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 Ich weiß, wenn das Ding zusammen krachte, bin ich natürlich voll geliefert in der Runde Nacht. Ich weiß, wenn das Ding zusammen krachte, bin ich voll geliefert in der Runde Nacht. Das ist mir egal. Genau, dann müssten hier nämlich... Ja, richtig. Genau, und dann kommen hier nämlich nicht so welche hin, sondern ganze. Äh... Shape. Und zwar, was hatten wir denn das eine Mal? Auf jeden Fall nicht mehr dieser... Der Würfel, der zählt ja auch als ganzer Block. Den nehme ich auch. Achso, warte mal, das sind ja die... Obwohl eigentlich wurscht. So, Moment. Wenn ich jetzt hier vielleicht noch einen Zaun rummache, kriege ich aber keine Ecke hin. Hm, ist auch blöd. Mach ich denn das dann am besten? Von außen ran. Nee, so liegt der auf. Das Eckstück wäre blöd. Das heißt... Ja, das heißt eigentlich nur, dass ich hier nur einen ganzen Block hinmachen kann. Ja. 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 Gut, ich könnte auch den anderen nehmen, der sah schöner aus. So, und da kommt ein ganzer Block hin. Ja. Ja. Und da haben wir noch mal ein ganzer Block. Ja. Okay. Ja. 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 So, und dann muss hier aber auch gleich in der Ecke noch ein ganzer. So, und dann muss hier auch gleich in der Ecke gehen. So, dann wäre hier so ein bisschen Spuckschutz. Und theoretisch könnte ich hier auch noch mal Klappen hinstellen. Einzige ist natürlich mit den Geiern, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, oder was meinst du? So, oder was meinst du? So, ich würde mich nicht bei mir stehen lassen. So, ich würde mich nicht bei mir stehen lassen. So, ich würde mich nicht bei mir zeigen. Ja, ja, die Seite muss hier ab. Das sieht ja mal richtig blöd aus. Eigentlich müsste das dann hier noch runtergebaut werden. Ach so? Ach so? Wo kommen die Fallen hin? Ja, es ist die Frage, ob die den Turm auch anschlagen werden. Glaube aber eher nicht. So, wenn ich jetzt müsste klappen eigentlich. Jetzt haben wir jetzt wollen zu dir kuscheln und kommen. Wenn sie nicht zu dir kommen, dann machen sie was kaputt. Ja, ja, das ist klar. Und das ist klar. Aber gut, die kommen ja von da hinten und von hier. Ja, ein paar kommen von da. Das ist aber nicht doll. Die Hauptaktion bleibt ja hier vorne. Also, bleibt hier einfach. Und meinen Rückzugsort, den muss ich nochmal. Ist ja eigentlich auch witzig, wenn man hier nochmal den Baum reinpflanzen könnte. So, und das ist ja nur, wenn wieder zu viele Spucker kommen. Und da das eh der Gang ist, wo die immer lang gehen, könnte man hier irgendwann auch einen Stromfall oder so machen. Obwohl die dann ja wahrscheinlich eher andersrum lang gehen werden. Na ja, muss man sehen. Da bleibt auf jeden Fall noch einiges an Potenzial, glaube ich. Ja. Ja, und hier können ein paar Blümchen drauf. Oder meinst du, dass die so gar nicht kommen? Doch, ne? Müssen ja eigentlich trotzdem. Deine Treppe war ja nicht schlecht, nur mit mir E-Zäun besser absichern. Der Strom... Ja, ja, das kommt noch. Ja. Also, das kommt hier auf jeden Fall wieder hin. Hm? Warum kann ich hier unten nicht? Geht nicht. Ja, die Stromfallen kommen auf jeden Fall. Also, die Treppe ist schon für mich richtig. Geht mir nur darum, das hier abzusichern mit den ganzen Polizisten, die rumspucken. Ich gehe mal kurz. Elektrozeine. Ich hätte die natürlich auch kaufen können, aber... Ah ja. Teil sind die, glaube ich, nicht. Ich brauche dich. So, geschmiedetes Eisenraum. Oh. Ich bin drin. Oh. Das war's für heute. Ja, und die sind es nämlich, oder? Ja, alles klar. So, der Generator braucht... ...nicht viel, alles klar. So, der Kleidung ist auch gerade einfach, So, der Klingel ist, So, dass Siege schlafen können ... ...klingel. So, der Klingel ist, der Klingel ist, ... die Klingel wird. So, Sieg sind. So, der Klingel ist, Ja, Eisen müssen wir noch sammeln. Gleich aufschreiben. Einfach losbauen, nicht so groß und beim nächsten Mal upgrade und verbessern oder ganz neu worden. Ganz neu worden hat sich tatsächlich auch kurzfristig überlegt. Oder aber was Fertiges zu nehmen? Also was heißt fertig? Ein Haus irgendwie oder ein Turm einzuzäunen oder so. Ja. Achso, warte mal, wir brauchen Zement. Ich gehe nochmal zur Baustelle. Das ist ein Haus, was wir da freigeräumt haben, der auch so viele Sachen hat. Zement. Tag 68. Na, ich weiß nicht, ob das klappt. Also ne, die brauche ich nicht. Die brauche ich. Na, was machst du denn? Ob die da erstmal drauf? Mhm, 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 mhm. Achso. Klar, ich wollte es ja auch abbauen. Ich habe mich gerade gewundert, nicht mit den 250. Ja, warte mal, jetzt müssen wir eigentlich erst... Ja, warte mal. Ja, warte mal. Achso. Hm. Was, hier sind Erdbohren, wollte ich doch mal finden. So, jetzt müsste ich mal gucken, wie ich das jetzt hier zukriege. Mhm, 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 mhm. Ach so, es würde auch mal zu gehen. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm, Plattenecke. Okay. 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 Ach, verdammt. Das ist zu dünn, glaube ich. Aber auch ein ganzer Block. Na, dann nehmen wir den doch. Na gut, hätte ich jetzt hier auch einen dünneren nehmen können. Aber das ist nicht so schlimm. So, der hier oben muss auch ab. Nee, der. Nein. Na, verdammt. Ich dehne ihn jetzt ab. Ja. Ja. Hm, jetzt seh ich nichts. Ja. Ja. Okay. Nein. Will nicht runterfallen. Ach, der ist ja sogar noch da, der Frosten. Okay. Hm. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Okay. Dann muss ich mal reparieren. Bettman. 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 Schlaf schön. Ab ins Bettchen. Ja. Ich sollte auch bald, also jetzt. Ähm. Ja. Schön, dass du da warst auf jeden Fall. Schön was Schönes. Schön was Schönes. Ach Mensch, komm schon. Ja, gerne. Schöne, schöne Träume. Schöne, schöne Träume. Naja, ich hab den, ah Mist, ich hab den Boden dann auch so dünn gemacht. Das war ja dann nicht so gut. Und das hier eigentlich auch total blöd aufgebaut. Ja, guck mal. Bisschen weiter weg hier. Kann auch nüch, das ist jetzt doch viel zu weit. Schau. Ah ne, wir haben unten den ganzen Block. Oh Gott sei Dank. So. Oh, ich hab's verloren. Und das ist ja dann schon bald. Juhu. Ich hab's verloren. Ich hab's verloren. Wie geht's hier oben? Und das hier kommt. Oh, ich hab's verloren. Und ich hab' war's verloren. Ja. Ok. Ich dachte gerade, der letzte Würfel und wir können ihn nicht mehr machen. Was habe ich denn da genommen? Den halben, glaube ich. So, wenn wir das jetzt noch einbetonieren, müsste das doch völlig in Ordnung sein. So, machen wir mal hier. So. So, und das Teil kann ich hier auch tatsächlich offen lassen. Dann muss ich nicht noch mal zumachen. Gut, hier könnte man eigentlich auch eine Klappe vormachen. Nee, ich glaube, das geht nicht mehr. Warte mal. Klappe. Ja, nee, das war klar. Nee, okay, die passt nicht. Wäre mal gut, dass ich noch eine Drahtzange hatte. No. No. Doppelte brauchen wir diesmal nicht machen, aber unten kommt noch eine hin. Doppelte brauchen wir diesmalen. Doppelte brauchen wir diesmalen. Doppelte brauchen wir diesmalen. Achtung. Doppelte brauchen wir diesmalen. So, und eine Klappe konnte man dann nach außen machen, aber ich habe echt überhaupt immer keine Ahnung. Ich habe vorhin schon so viel. Ah, ne, ist hier rosa auch, das würde zusammenbrechen. Nee, ich habe noch nicht mehr. Ich hatte doch hier mal eine doppelte dran. Will ich jetzt nicht. Okay, das funktioniert nicht. Also eins nur. Oder ich mache hier eine Stahlklappe. Will ich eigentlich nicht haben. Ich habe hier eine Stahlklappe. 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 Ach, den kann ich gar nicht abbauen. Die kann ich abbauen. Kann ich den Kürbis nicht abbauen? Na gut, durch den laufe ich ja. Das ist nicht so schlimm. So, und die andere Toppflanze kommt hier auch weg. Ach, verdammt. Naja, nicht ganz. Da fehlt nur noch eine Lichterkette. Ja. Ja. Okay, eine Momme noch. Oh. 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 Der steht blöd. Soll ich immer dran hängen irgendwie? Ja, die lass ich, glaub ich, erst mal so. So, und hier braucht man nichts zu machen. Hier kommt ja eh keiner rein. Vielleicht. So, die Kiste, die ist mir eigentlich auch nicht sicher. Das ist nicht klar genug. Eine ist ja kaputt gegangen. Aber ich glaube, weil ich dieses Blech hatte hier. Zieh ich mir. Ach so, das ist Stahl. Mhm. Äh. Was ist das? Ah, die hat hier angemalt. Ah, die hat hier. So, jetzt könnte man hier noch eine Kiste hinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist, weil so viel Zeug... Ich auch nicht. Hm. Marge. Achso, nee, warte mal. Wir hatten ja keine Klappe. Wir hatten ja eigentlich ein Gitter. Ja. 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 Und wenn wir da jetzt noch eine Holzklappe drüberlegen. Könnten wir den noch ein bisschen schützen. Hattest du auch den großen Rucksack gebaut? Nee, nee. Hatte ich nicht. Also nicht beim letzten Mal, aber da, wo ich das Dorf gebaut habe, da brauchte ich den nicht. Ja, jetzt brauchst du ja den Schlachtertisch dafür. Wo meine ich, dass das immer noch so ist? Nein. Ach, guten Morgen, das wollte ich doch nicht machen. Tak Buy. Sacramento. Nurory. Ach, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Steigert der auch das Gewicht? Ja, macht er. Schlachtertisch habe ich auch schon. Zwei Hörer schon geschlachtet. Wow, cool. Ja, ja, du kannst ja mehr tragen. Also der ist größer. Das Einzige, was nicht größer ist, ist tatsächlich der Essensslot. Also der bleibt so groß, was ich auch nicht so ganz verstehe. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei dem Update war, aber das war vorher so. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ach, ich Depp. Ach, jetzt hab ich die Seite hinterher gemacht. Na gut, dann bleibt die Impfung. Im Prinzip könnte man eine Seite auch schon als mit Stahl aufwerten, aber ist nicht, was nicht Verschwendung ist. Bei den Krokus bist du gestorben, nur mit Sperrein. Oh nein, ja, die sind ganz schön heftig, die Krokus, aber bringen halt viel Fleisch. Naja, und dann am besten eine Truhe und den Wagen mitnehmen, weil die Krokus kannst du so gar nicht, äh, das Leder kannst du so gar nicht tragen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass, das reicht der fast. Ah, ich schüpf mir die runter. Ja, wie bei den Hirschern auch groß, ja, ja, das Krokodings ist ziemlich groß. Stimmt, Hirsch ist auch ziemlich groß. So, wie viel Beton habe ich denn noch? Geht sogar noch. Geht sogar noch. Ja, ich glaube, ich mache erst die Mauern, guck mal dann mit dem Gitter. Ja, wir brauchen... Gittung. 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 Okay, das war's. Gut, und ich glaube, es ist das Stichwort, jetzt erst mal Feierabend zu machen. Dann mache ich durch bis zum Wimmelspiel und dann habe ich keine Ahnung mehr, wie ich heiße. 70 könnten wir machen, wow. Ein bisschen viel, machen wir mal 50. Hm, 40. Ja, genau, heute Abend gibt es wieder Wimmelbild. Ja, deswegen, bis ich dann jetzt schlafe und so, das dauert alles immer ewig, kann ja dann ordentlich einschlafen. Ja, aber nicht meinen ganzen Samstag verschlafen. Ja, ein bisschen können wir noch machen. Äh, ich lasse jetzt mal alles dran. So, Tag 68, sehr gut. Ja, krass. Ich freue mich voll, dass wir heute ein bisschen was erlebt haben auf der Map. Ein bisschen was gesehen, ein bisschen was gelootet. Tag 68, also... Vielleicht kriegen wir es hin. Mit der Horde. Das wäre natürlich ein Ding. Aber Munition muss ich noch machen. Vielleicht mal gleich aufschreiben, Munition. Munition. Und der Schrotturm muss rüber. So, dann haben wir nämlich zwei Waffen auf einer Seite. Und auf der anderen Seite die dritte Waffe. Ja gut, Future. Schön, dass du mit dabei warst. Danke für die Begleitung. Einen anderen natürlich auch. Vielen Dank für eure Begleitung, fürs Dabeisein. Heute war es ja doch sehr ruhig. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ja, dankeschön. Ich wünsche dir auch noch eine schöne Nacht. Na klar, sehr gerne. Ich freue mich ja auch. Und danke, dass du mit dabei bist, dass ich dran bleibe. Genau, ihr Lieben. Dann morgen wimmeln, wer Lust hat. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder. So, träumt schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.